herzlich willkommen auf meinem kanal ohne lange vorrede geht es jetzt auch schon weiter mit dem zweiten teil des hörbuchs das falsche gewicht von josef rot zwanzigstes kapitel auf die grenz schenke hatte jatlovka mehrere hypotheken aufgenommen das stellte sich jetzt heraus sofort nachdem er verurteilt worden war erhob sich im städtchen slottokrott und überhaupt im ganzen bezirk die frage wer die grenz schenke in swabi übernehmen sollte vorübergehend versteht sich offiziell vorübergehend in wirklichkeit aber für immer denn die grenz schenke war ein gutes geschäft und seit langem schon beneidete man den laibusch jatlovka um ihren besitz heute abend versammelten sich die fünf hypotheken gläubiger ohne dass sie sich verabredet hätten in der grenz schenke ins swabi alle fünf kamen sie beinahe zur gleichen zeit alle fünf waren sie erschrocken einander hier zu treffen der reichste unter ihnen war kapturak er war es der die deserteure heranführte er handelte ja mit ihnen er allein wusste was die geschäfte der schenke genau eintrugen er weiß auch der jenseits der grenze auf dem russischen gebiet eine ebensolche schenke besaß die anderen hypotheken gläubiger aber waren laien ein korallenhändler namens pistenik ein fischhändler namens balaban ein troschkenkutscher namens manes und ein milch händler namens ostersetzer alle vier waren weit weniger klug als der kleine kapturak fräulein of himjanikic saß am tisch sie gehörte zum gasthof auch auf sie bezogen sich die hypotheken alle fünf gläubiger sahen sie zwar nicht an während sie unterhandelten aber alle fünf wussten dass sie da sei vorhanden sei und dass sie zuhöre alle fünf gefielen ihr nicht nicht der allzu dürre pistenik nicht der allzu dicke balaban nicht der grobian der kutscher manes und nicht der ostersetzer mal er pockennabig war und sein bad spärlich und kärglich wie der bad eines ziegenbocks am besten gefiel ihr noch der euphemia der winzige kapturak war er auch klein und hässlich so war er doch schlauer und reicher als die anderen neben ihnen setzte sie sich man drang auf das wohl des verurteilten jatlovkas alle stießen mit den gläsern an in diesem augenblick vernahmen das klingeln eines wagens und euphemia wusste sofort dass es der wagen des eichmeisters war sie erhob sich in wahrheit liebte sie ihn sie liebte auch das geld die sicherheit die schenke den laden der an sie angeschlossen war und auch den armen jatlovka der jetzt im zuchthaus saß aber diesen nur in erinnerung an die guten stunden die sie mit ihm genossen hatte denn ein dankbares gemüt hatte sie wie so viele leichtfertige menschen erinnerungen machten sie überhaupt wehmütig und zärtlich sie sprang auf als sie den wagen des eichmeisters hörte schon trat er ein groß und stattlich wie er war fast war es als würden alle anderen ausgelöscht sein buschiger blonder geradezu wuchtiger schnurrbart glänzte stärker als die drei petroleum lampen in der mitte des zimmers auch alle fünf gläubiger sprangen auf er begrüßte sie kaum er setzte sich einfach hin bewusst seiner macht und so als stünde hinter ihm unsichtbar aber immer gegenwärtig der wachtmeister der gendarmerie slamer mit aufgepflanzten bajonett und mit der schimmernden pickelhaube das gespräch erlosch bald erhoben sich die hypotheken gläubiger und ging sie sahen verprügelt aus und sie erinnerten an hunde einundzwanzigstes kapitel man muss wissen dass die grenz schenke in swabi keine gewöhnliche schenke war um diese grenz schenke kümmerte sich sogar der staat es war offenbar für den staat wichtig zu wissen wie viele und welche deserteure aus russland jeden tag ankam eines tages kümmert sich der staat um dieses und morgen um jenes er kümmert sich sogar um die geflügelware der frau um die gewichte des ballerbahn und die schulpflichtigen kinder nissen pischte nix um die impfung kümmert sich der staat um die steuern um die trauungen und um die scheidung um die testamente und hinterlassenschaften um die schmuggelei und um die goldfälscher weshalb sollte er sich nicht um die grenz schenke jatlovkas kümmern in der alle deserteure zusammenlaufen die bezirkshauptmannschaft hatte ein politisches interesse daran die grenz schenke wohl überwacht zu wissen sie wandte sich dessen wegen an die gemeintes lotto grott und die gemeintes lotto grott bestimmte als vorläufigen verwalter der grenz schenke den eichmeister eibenschütz die folge davon war dass der eichmeister eibenschütz eine große freude empfand und zugleich eine große verlegenheit er freute sich und er wusste nicht warum er hatte angst und er wusste nicht wovor also das papier erhielt mit der aufschrift streng vertraulich indem er von der gemeinde auf veranlassung der politischen behörde gebeten wurde während der abwesenheit des gastwirtes und gemischt warenhändlers laibusch jatlovka die aufsicht über dessen wirtschafts wie sonstigen betrieb zu übernehmen glaubte er ein glück und ein unglück hätten ihn zu gleicher zeit betroffen und ihm war zumute wie etwa einem mann der träumt er stünde auf weitem freien felde ausgeliefert zwei winden zugleich einem nordwind und einem südwind das bittere leid und die süße freude atmeten ihn gleichzeitig und heftig an er konnte das ansinnen der gemeinde beziehungsweise der bezirkshauptmannschaft freilich ablehnen in dem schreiben hieß es es bleibt ihnen anheim gestellt auf den vorschlag zustimmend oder ablehnend bericht zu erstatten dadurch war die lage des eichmeisters noch schwieriger geworden er war nicht gewohnt zu entscheiden zwölf jahre hatte er gedient er war gewohnt zu gehorchen wäre er doch in der kaserne bei der armee geblieben er ging ganz langsam den hut in der hand und mit gesenktem kopf nach hause er hatte lange zeit er bildete sich ein der weg sei länger als gewöhnlich merkwürdigerweise empfand er keinen widerwillen gegen sein haus und das was es bag seine frau und den bank hat er hatte das kind seit jenem abend an dem es ihm die hebamme entgegen gebracht hatte nie mehr gesehen auch seine frau zeigte sich nicht in den stunden in denen er zu hause war er hörte nur manchmal durch die geschlossene tür das kreischen des kindes es bereitete ihm eine besondere freude es stört ihn keineswegs seltsamer weise er schmunzelte sogar vor sich hin wenn er das kleine so schreien hörte wenn er schrie der kleine so weiß ein zeichen dass er sich ärgerte auch seine mutter ärgerte sich auch das dienstmädchen jadwiga ärgerte sich sie sollten sich nur alle ärgern heute abend rang kein laut durch die geschlossene tür das dienstmädchen jadwiga kam wortlos herein sie brachte die suppe und das fleisch gleichzeitig denn eibenschutz hatte ihr verboten zweimal im laufe eines abends ins zimmer zu kommen er ist hastig und ließ die hälfte stehen er vermisste das heulen des kindes und den beruhigenden gesang seiner frau er zog während des essens das streng vertrauliche schreiben aus der tasche und überlas es noch einmal eine zeit lang glaubte er aus den worten aus den buchstaben sogar würden neue möglichkeiten neue deutungen kommen nachdem er aber das schreiben ein paar mal gelesen hatte musste er sich sagen dass es nichts geheimnisvolles enthielt und keinen verborgenen nebensinn er musste sich entscheiden es war kein zweifel noch standen die teller vor ihm halb gefüllt zurückgeschoben und verschmäht schon erhob er sich in den schuppen ging er und rollte das wegelchen in den hof hierauf in den stall um den schimmel jakob los zu binden er spannte ein er fuhr los er saß ruhig die hände im schoß auf dem bock die zügel lagen locker über dem rücken des gauls ihr ende war umschlungen um die kurbel der bremse die peitsche lehnte links im ledernen behälter der schimmel brachte ihn ohne zügel ohne peitsche ohne zuruf in angemessener zeit nach swabi unmittelbar vor die tür der grenzschenke eibenschütz fragte sofort nach der frau euphemia er setzte sich nicht es erschien ihm notwendig eine art dienstliche haltung einzunehmen als wäre er mit dem festen entschluss hierher gekommen die leitung der wirtschaft zu übernehmen dienstliche haltung sagte er sich und er blieb am ende der treppe stehen den hut auf dem kopfe es dauerte bevor sie herunter kam nach einer langen weile hörte er auf der treppe ihren absatz er blickte nicht empor aber er glaubte deutlich ihren fuß zu sehen den schmalen langen fuß in den schmalen langen schuhen schon rauschte ihr viel gefältetes weinrotes kleid auf den harten hölzernen unbedeckten stufen soll ihr harter fester gleichmäßiger schritt eibenschütz wollte nicht hinaufsehen viel lieber war es ihm wenn er sich vorstellte wie sie ging und wie sich die vielen vielen zarten falten ihres kleides bewegten noch viel mehr stufen hätte die treppe haben müssen jetzt war sie unten jetzt stand sich schon vor ihm er nahm den hut ab er sagte ohne sie genau anzusehen über ihren kopf hinweg aber so dass er den blau schwarzen schimmer ihrer haare allzu deutlich wahrnahm ich habe ihnen etwas besonderes zu sagen sagen sie es doch nein etwas ganz besonderes nicht hier gehen wir also hinaus sagte sie und schritt voran zur tür der mond stand groß und milde über dem hof der hund bellte unermüdlich der schimmel stand da an die hoftür angebunden und hielt den kopf gesenkt als dächte er nach es roch betäubend süß nach akazien und es war eibenschütz als kämen alle gerüche dieser frühlingsnacht von der frau allein als hätte sie allein dieser ganzen nacht düfte und glanz und mond zu vergeben und alle akazien der welt ich bin hier dienstlich heute sagte er ich vertraue ihnen deshalb sage ich es ihnen euphemia setzt er nach einer weile hinzu es darf keiner der gläubiger in dieses haus ich bin beauftragt es zu verwalten und zu beaufsichtigen wenn sie wollen werden wir uns gut vertragen natürlich antwortete sie warum sollten wir uns nicht großartig vertragen es schien dem eichmeister dass ihre stimme im silbernen blau der nacht anders klinge als in der wirtsstube die stimme war laut klar und sanft sie hatte gleichsam wölbungen bögen eibenschütz glaubte die stimme sehen und beinahe greifen zu können bald hatte er die empfindung sie wölbte sich über seinem kopfe und er stünde hart unter ihr erst eine gute weile nachdem sie verklungen war begriff er was die stimme gesagt hatte sie würden sich vertragen sie würden sich vertragen warum denn nicht es ist streng vertraulich sagte er verstehen sie werden sie keinem ein wort sagen niemandem ein wort sagte sie und streckte ihm die hand entgegen eine weiße schimmernde hand es war als schwemme sie durch die silberblaue nacht er wartete eine weile er sah die schimmernde hand sehr lange an bevor er sie nahm sie war kalt und warm zugleich es schien ihm sie sei innen heiß und ihr rücken kalt er behielt das weiße schimmernde ding eine längere weile als er es los ließ lächelte euphemia man sah deutlich im blau der nacht ihre blanken zähne sie wandte sich schnell um und ihr viel gefälteter rock rauschte ganz sachte das kleid hatte ein eigenes leben eine art lebendiges zauberzelt war es es säuselte es rauschte als der eichmeister in die schenke zurückkehrte saßen der wachtmeister slamer und der gauner kapturak an einem tisch und spielten tarok eibenschütz setzte sich zu ihnen armer mann der jatlovka sagte kapturak was herr eichmeister eibenschütz antwortete nichts aber der gendarm slamer sagte ungeduldig sie werden wir auch noch erwischen herr kapturak noch eine partie gefällig 22 des kapitel die meisten sterben dahin ohne von sich auch nur ein körnchen wahrheit erfahren zu haben vielleicht erfahren sie es in der anderen welt manchen aber ist es vergönnt noch in diesem leben zu erkennen was sie eigentlich sind sie erkennen es gewöhnlich sehr plötzlich und sie erschrecken gewaltig zu dieser art menschen gehörte der eichmeister eibenschütz der sommer kam plötzlich ohne übergang er war heiß und trocken und wenn er hier und da ein gewitter gebar so verging es schnell und dahinter ließ eine noch heftigere hitze das wasser wurde spärlich die brunnen versiegten das gras auf den wiesen wurde früh gelb und welk und selbst die vögel schienen zu verdursten sie waren zahlreichen dieser gegend jeder sommer noch den eibenschütz hier verbracht hatte war erfüllt gewesen von ihrem heftigen schmetternden gesang in diesem sommer aber vernahm man sie nur selten und der eichmeister bemerkte zu seinem erstaunen dass er ihren gesang vermisste man hat er jemals etwas auf den gesang der vögel gegeben warum empfand er auf einmal alle veränderungen in der natur was war ihm denn die natur sein leben lang gewesen dem feuerwerke eibenschütz klare sicht oder schwache sicht ein exerzierplatz mäntel anziehen oder umschnallen ausrücken oder nicht ausrücken die läufe der karabiner zweimal am tag putzen lassen oder nur einmal warum nur fühlte der eichmeister eibenschütz plötzlich alle veränderungen in der natur warum genoss er jetzt das tiefe sommerliche grün der großen breiten reichen kastanienblätter und weshalb betäubte ihn jetzt der duft der kastanien so heftig sein kind das heißt das kind des schreibers nowak wurde jetzt im kinderwagen spazieren geführt er begegnete manchmal seiner frau im kleinen stadtpark wenn er ihn durchquerte um vom amt in die wohnung zu gehen es war zu heiß um auf den steinen zu marschieren wenn er seine frau traf ging eibenschutz eine weile neben ihr dahin hinter dem kinderwagen und sie sprachen kein wort längst empfand er keinen hass weder gegen die frau noch gegen das kind beide waren sie ihm gleichgültig zuweilen fühlte er sogar mitleid mit beiden er ging dahin hinter dem wagen neben der frau einfach weil er darauf bedacht war die leute im städtchen glauben zu lassen es sei alles in ordnung plötzlich kehrte er um ohne wort ohne gruß und ging nach hause das dienstmädchen reichte ihm das essen er ist hastig und unachtsam er dachte schon an den schimmel an das wegelchen an die fahrt nach swabi an die grenz schenke er ging hinaus in schuppen und stall er spannte ein und er fuhr los in goldenen wolken aus staub und sand vor dahin seine kehle war trocken die unbarmherzige sonne stach mit tausend lanzen auf seinen kopf durch den breitrendigen strohhut aber sein herz war fröhlich oft und oft hätte er vor einem wirtshaus halten können viele wirtshäuser standen auf seinem weg er hielt nirgends durstig und hungrig wie seine seele war so wollte er in swabi in der grenz schenke ankommen er kam an es dauerte gute zwei stunden der schimmel jakob war schon ungeduldig er ließ die zunge hängen er lächzte nach wasser und seine flanken zitterten in heißer erregung der knecht kam ihn auszuspannen seitdem jatlovka eingesperrt war betrachtete der knecht den eichmeister eibenschütz als den legitimen besitzer der grenz schenke es war ein alter knecht ein ruthenischer bauer und nur fri hieß er und taub war er auch man hätte glauben können er verstünde nichts aber er begriff alles vielleicht weil er so taub und so alt war manche die wenig hören sind imstande gar viel zu bemerken der eichmeister setzte sich an den tisch am fenster er trank mit und gesalzene erbsen aß er dazu in untertäniger freundlichkeit näherte sie ihm kapturak zu gar keinem anderen zweck als um ihm guten tag zu sagen der eichmeister hasste diese untertänige vertraulichkeit merkwürdigerweise musste er selbst feststellen dass ihn seine wachsende empfindlichkeit gegenüber den vorgängen der natur auch empfindlicher machte gegen die schlechtigkeit der menschen es erschien dem eichmeister ungerecht dass jatlovka verurteilt war während kapturak frei herumlief schade dass kapturak keinen anhalt bot einer gesetzesübertretung überführt zu werden er hatte keinen offenen laden keine wagen keine gewichte eines tages aber würde man ihn trotzdem noch fassen eibenschütz drang noch eine weile dann erhob er sich und empfahl der schankmarkt euphemia zu rufen er stellte sich am ende der treppe auf um die frau zu erwarten immer noch brachte kapturak jeden tag das heißt eigentlich jede nacht russische deserteure in die grenz schenke man verdiente viel an ihnen denn sie waren trostlose und verzweifelte und verzweifelte und trostlose gaben geld aus aber es gab auch spitzel unter ihnen die ihre schicksalsgenossen anzeigten und auch sonst manches von den zuständen an der grenze anzeigten eine polizeiliche überwachung zu üben lag nun zwar keineswegs in der aufgabe eines eichmeisters noch in der natur des anselm eibenschütz er gab aber acht und bemühte sich reden zu hören und gesichter zu behalten widerlich war es ihm und dennoch tat er es euphemia befand sich nicht oben in ihrem zimmer sondern nebenan im offenen laden wo sie den bauern terpentin grütze tabak heringe sprotten lack und silberpapier und blaue farbe zum tünchen verkaufte nur an zwei tagen in der woche war der laden geöffnet am montag und am donnerstag heute war donnerstag vergeblich wartete eibenschütz am fuß der treppe euphemia kam zu seiner überraschung sie gab ihm die hand und er erinnerte sich wie diese hand vor ein paar wochen im frühling durch die silberblaue nacht dahergekommen war daher geschwommen war er fasste die hand und hielt sie lange länger als ihm schicklich erschien aber was sollte er tun was wollen sie von mir fragte euphemia er wollte sagen er sei pflicht und dienst gemäß hierher gekommen aber er sagte ich wollte sie wiedersehen kommen sie in den laden erwiderte sie ich habe keine zeit die kunden warten er ging in den laden der goldene sommerabend war schon angebrochen die deserteure in der schenke sangen sie tranken tee und schnaps und wischten sich den schweiß von den gesichtern nach jedem schluck jeder von ihnen hat ein handtuch um den hals hängen einen augenblick hielten sie im singen ein als euphemia und der eichmeister hinausgingen viele bauern und juden warteten in dem kleinen laden sie wollten terpentin wachs apollo kerzen schmirgelpapier tabak heringe sprotten und blaue tünche der eichmeister eibenschutz der so oft hierher gekommen war dienst und pflicht gemäß als vollstrecker unerbittlicher gesetze um wagen und maße und gewichte zu prüfen befand sich unversehens hinter dem ladentisch neben euphemia und als wäre er ihr lehrling befahl sie ihm dies und jenes zu holen dies und jenes zu wägen dies und jenes zu füllen diesen und jenen zu bedienen der eichmeister gehorchte was sollte er tun er wusste nicht einmal dass er gehorchte die kunden ging euphemia und der eichmeister verließen den laden sie hatten kaum drei schritte bis zum wirtshaus zurückzulegen aber es schien dem eibenschutz als brauchten sie eine sehr sehr lange zeit dazu die gute kühle sommernacht war schon hereingebrochen 23 des kapitel er blieb in dieser nacht sehr lange in der grenz schenke bis zum frühen morgengrauen bis zur stunde in der gemeindepolizist abisch kam um die deserteure abzuholen zum ersten mal seit vielen wochen war der himmel an diesen morgen bewölkt die sonne ging als eibenschutz aus dem tor der schenke hinausfuhr rot und klein eine orange ähnlich am himmel auf in der luft roch es schon süß und heiter und nass nach dem längst erwarteten regen ein lindes windchen wehte eibenschutz entgegen obwohl er die ganze nacht getrunken hatte war er frisch und gleichsam gewichtslos sehr jung fühlte er sich und es war ihm als ob er bis zu dieser stunde noch gar nichts erlebt hätte überhaupt gar nichts sein leben sollte erst beginnen er war schon etwa eine stunde gefahren und mitten auf dem wege nach hause als der regen sagte zuerst allmählich immer stärker zu fallen begann ringsum atmete alles nasse linde güte alles unterwegs schien sich dem regen willig zu ergeben die linden am wege neigten ihre häupter die weiden sträuche zu beiden seiten der gangbaren pfade im sumpf von zubrovka gar schienen sich emporgerichtet zu haben und wollestig im warmen gerinn zu erschauern fast auf einmal setzte auch der gesang der vögel ein den der eich meister so lange schon vermisst hatte am lautesten flöteten die amseln seltsam sagte sich der eich meister und ungewöhnlich weiß auch dass die vögel mitten durch den regen pfiffen zwitscherten und trillerten wahrscheinlich begrüßten sie ihn dachte er weiter ebenso wie ich aber wie kommt es überhaupt dass ich einen regen begrüße muss geht mich der regen an ich muss mich stark verändert haben in dieser gegend was geht mich der regen an was kümmern mich die vögel plötzlich er wußte selbst nicht warum zog er die zügel an und der schimmel hielt still da sitzt er nun auf dem bock der eichmeister eibenschütz der regen strömt auf ihn herab der weiche strohhut schlappt auf seinem kopf wie ein nasser lappen er hält sich still im regen statt weiterzufahren wie es sich gehört er kehrt plötzlich um er knallt mit der peitsche der schimmel setzt sich in galopp kaum eine halbe stunde später ist er wieder in swabi es regnet immer noch in strömen eibenschütz lässt sich ein zimmer im gasthof geben er erzählt und nur free dass unterwegs der boden zu aufgeweicht sei und dass kein mensch weiterfahren könne so möchte er lieber hier den regen überschlafen man gibt ihm ein zimmer er schläft leicht und traumlos und erwacht erst am abend längst hat der regen aufgehört das laub an den bäumen vor den fenstern ist trocken die steine im hof der schenke sind trocken die sonne ist just im begriff im vollen glanz unterzugehen der himmel ist wolkenlos der eichmeister geht in die wirtsstube 24 kapitel er wartet auf euphemia sie kommt nicht er sitzt da den kopf in die hände gestützt er weiß auch gar nicht recht was er hier soll durch den lärm den die anderen gäste verursachen hörte das unerbittliche harte ticken der wanduhr allmählich beginnt er zu glauben dass er nicht freiwillig hierher gekommen ist sondern dass ihn irgendjemand hierher gebracht hat er erinnert sich nur nicht wer es gewesen ist er weiß auch nicht wer es gewesen sein kann die tür geht auf man merkt es am windzug kapturak tritt ein er geht geradewegs an den tisch des eichmeisters eine partie fragt er gut spielen wir man spielt eine partie tarock eine zweite und eine dritte man wartet vergeblich auf euphemia man verliert alle drei partien verloren ist auch der tag verloren ist auch die nacht man weiß nicht was man machen soll man spricht kein wort auch nicht zu kapturak man wartet auf euphemia sie kommt nicht gegen drei uhr nachts begann ein deserteur ziehharmonika zu spielen er spielte das lied yellow beauty beer und alle begannen zu weinen sie weinten nach der heimat die sie eben selbst aufgegeben hatten sie hatten mehr sehnsucht nach der heimat in diesem augenblick als sehnsucht nach der freiheit allen standen tränen in den augen trocken blieben nur die augen kapturaks auch eine ziehharmonika konnte ihn nicht rühren er selbst brachte die deserteure über die grenze er lebte davon er lebte von dem heimweh der deserteure von ihrer sehnsucht nach freiheit selbst der eichmeister eibenschutz wurde wehmütig er lauschte der melodie yellow beauty beer und er fühlte seine augen feucht werden kapturak fragte fast in dem augenblick in dem die ziehharmonika zu spielen anfing ob eibenschutz nicht eine neue partie spielen wollte ja sagte eibenschutz warum nicht und sie spielten die vierte partie tarock eibenschutz verlor wieder der morgen graute schon als eibenschutz aufstand er ging die treppe hinauf und musste sich mit beiden händen am geländer festhalten er torkelte in sein zimmer in den kleidern legte er sich aufs bett sowie einst während der manöver er schlief traumlos und ganz ruhig das erste vogelgezwitscher weckte ihn er erhob sich sofort zugleich auch wusste er wo er sich befand in der grenz schenke und er verwunderte sich darüber keineswegs er hatte keinerlei zeug sich zu waschen er konnte sich nicht rasieren es bekümmerte ihn er kam sich beschmutzt und auch verletzt vor dennoch ging er hinunter der kräftige sommermorgen strömte heftig durch die geöffneten fenster auf dem fußboden schliefen noch die deserteure auch die morgensonne vermochte nicht sie zu wecken und nicht der schmetternde gesang der morgendlichen amseln mitten zwischen schlafenden deserteuren sie zu seinen füßen lagen saß der eichmeister eibenschutz und trank tee unufri bediente ihn wo ist euphemia fragte der eichmeister ich weiß nicht sagte unufri ich möchte sie sehen sagte eibenschutz ich habe etwas wichtiges zu sagen gut sagte unufri und eibenschutz blieb sitzen sie kam auch bald euphemia er schämte sich vor ihr ungewaschen wie er war und mit dem bad von gestern ich habe die ganze nacht auf sie gewartet sagte er nun werden sie mich ja sehen können antwortete sie sie bleiben ja hier er hatte gar nicht gewusst dass er hierher gekommen war um hier zu bleiben wie einfach war das natürlich was hatte er denn zu hause zu suchen ja ja sagte er zur offenen tür hinaus in den jungen morgen die männer auf dem boden erwachten langsam sie hockten noch eine weile stumpf da dann rieben sie sich die augen dann erschienen sie zu merken dass es morgen war sie erhoben sich und ging einer nach dem anderen hinaus in den hof zum brunnen um sich zu waschen eibenschutz blieb allein mit euphemia in der großen schankstube die sich plötzlich geweitet hatte es war als dehnte sie der morgen immer weiter aus es roch nach dem morgen und nach dem gestern nach den kleidern und dem schlaf der männer und nach brandwein und mett und auch nach sommer und auch nach euphemia alle gerüche strömten jetzt auf den armen eibenschutz ein sie verwirrten ihn und der unterschied sie doch genau gar vieles sehr vieles ging in seinem kopf durcheinander er begriff dass er nichts mehr vernünftiges sagen könnte und er musste doch etwas tun und euphemia saß neben ihm er umfing sie plötzlich und küsste sie herzhaft und heftig dann als die männer vom brunnen sich wieder der tür näherten sagte er schlicht und redlich ich liebe dich und schnell stand er auf er ließ einspannen er fuhr heim seine sachen holen 25 des kapitel solange der sommer dauerte war eibenschutz glücklich er erfuhr die liebe und alle seligen veränderungen die sie einem manne bereitet bieder und einfach wie er war mit etwas schwerfälligem gemüt erlebte er die erste leidenschaft seines lebens gründlich ehrlich mit allen schauern schaudern seligkeiten nicht nur nachsichtig auch nachlässig übte er in dieser zeit seinen dienst aus die langen sommertage waren nur kleine zugaben zu den kurzen ausgefüllten starken nächten was man bei tage ohne euphemia tat war ohne belang nach hause zu seiner frau kam eibenschutz kaum einmal in der woche er kam aus einer art von sporadischem pflichtgefühl und der leute wegen sie wussten alle dass er mit der frau jatlovkas lebte aber da er so milde und nachlässig geworden war sahen sie ihn auch mit milden oder mindestens mit gleichgültigen augen an er kümmerte sich übrigens nicht um die aufgabe die man ihm aufgetragen hatte das gasthaus und den laden versorgte euphemia allein und auch um die papiere der leute die über die grenze kam kümmerte sie sich und die namen trug sie selbst mit ihrer hilflosen schrift in das große buch in das die gendarmen nur selten und flüchtig zu blicken pflegten nun es kam der herbst und wie in jedem herbst kam der maroni brater sameschkin nach zwabi sameschkin aus uchna in bessarabien er war ein entfernter verwandter euphemias sie sagte es jedenfalls es war ihr geliebter es war kein geheimnis alle welt wusste es jatlovka hatte sich mit ihm gut vertragen sameschkin kam immer im oktober er blieb über den winter er kam mit vielen säcken kastanien und mit seinem kleinen bratofen auf vier mageren schwarzen füßen er sah sehr fremd aus und so als hätte man auch ihn gebraten die sonne von bessarabien und vom kaukasus und von der grimm hatten ihn so gebraten seine kleinen schnellen augen erinnerten an die holzkohlen auf denen er seine kastanien brät und sein schmaler langer schnurrbart der an eine schön gewundene gärte aus haaren gemahnte war schwärzer noch als der eiserne ofen hände und angesicht waren braun wie kastanien auf dem kopf trug er eine hohe pelzmüste aus astrachan und um den leib einen weißen stark berusten und fettigen schafpelz er hatte große geradezu gewaltige kniestiefel mit sehr weiten schäften in seinem gürtel steckte ein schwerer stock aus weichselholz unten mit einer vierkantigen eisenspitze versehen also war er vollkommen ausgerüstet für einen harten winter und für einen harten beruf er war ein gutmütiger sogar weichherziger mann er redete ein gemisch von vielen sprachen die keiner in dieser gegend verstand man nannte ihn hier einfach den zigeuner und nur wenige wussten dass er sameschkin hieß konstantin sameschkin hieß er für einen dreier verkaufte er 20 kastanien pro stück verkaufte er seine ware er lächelte oft unter seinem schwarzen schnurrbart erschienen groß und weiß seine zähne sie erinnerten an weiße klavier tasten es gab im ganzen bezirk noch zwei andere maroni brater einen sogar ins lotto grott aber sie waren nicht so geschätzt wie sameschkin der zigeuner aus der ganzen gegend kamen viele leute kastanien bei ihm zu kaufen rohe und gebratene die rohen verkaufte er das pfund für einen zehner freilich wusste auch eibenschutz dass sameschkin der geliebte euphemias war früher war sameschkin mit seinen kastanien durch andere länder andere gegenden gezogen jeden winter hatte er woanders erlebt aus biederer treue zu euphemia kam er nunmehr seit jahren nach swabi im sommer lebte er als gelegenheitsarbeiter in uchna in bessarabien einmal half er bei den holzfällern aus ein anderes mal bei den köhlern manchmal grub er brunnen manchmal lehrte er mistgruben niemals noch hatte er eine größere stadt gesehen als kishineff harmlos wie er war glaubte er dass ihm euphemia treu sei während des sommers erzählte er dem und jenem jeden herbst ginge er zu seiner frau angestellt sei sie in der grenzschenke in swabi und könne nicht überall mit ihm hin er freute sich herzlich auf den herbst wie andere auf den frühling es half dem armen eibenschutz gar nichts dass er sameschkins gutmütigkeit erkannte im gegenteil er hätte viel eher gewünscht sameschkin wäre ein bösewicht gewesen ohnmächtig und mit herzlichen kummer sah er zu wie sameschkin und euphemia sich begrüßten sie fielen einander in die arme herzhaft und kräftig lagen die rostbraunen großen schlanken hände des zigeuners auf dem rücken euphemias und pressten sie und mit wahrhaftigem entsetzen dachte anselm eibenschutz an die guten brüste euphemias seien waren sie ja sameschkin hatte seine geräte auf einem karren mitgebracht wie jedes jahr den karren zog ein pudel den pudel und den karren stellte sameschkin im schuppen des gasthofs ab vor dem gasthof stellte er sich selbst auf mit seinem ofen mit seinen kastanien es roch sofort im ganzen ort nach herbst es roch nach dem schafspelz sameschkins nach verbrannten kohlen am stärksten nach den gebratenen maroni ein dunst zusammengesetzt aus all den gerüchen zog durch den flecken wie ein bote sameschkins ankunft anzukündigen eine stunde später auch kamen die leute aus swabi gebratene kastanien einzukaufen es sammelte sich ein haufen um sameschkin und er verkaufte kastanien gebratene und rohe in der mitte des haufens glühten die roten kohlen auf denen die kastanien lagen es war kein zweifel mehr der winter begann der winter begann in swabi der winter begann und damit begann auch das leid des eichmeisters eibenschutz 26. kapitel ja damals begann das große leiden des eichmeisters anselm eibenschutz du kannst nicht mehr hier wohnen bleiben sagte ihm eines nachts euphemia sameschkin ist gekommen du weißt was geht mich sameschkin an was geht dich sameschkin an fragte er sameschkin sagte sie kommt jeden winter ihm gehöre ich eigentlich deinetwegen antwortete der eichmeister eibenschutz habe ich mein haus mein weib und das kind aufgegeben er wagte nicht zu sagen mein kind und jetzt fuhr er fort willst du mich fortschicken es muss so sein sagte sie sie saß aufrecht im bett der mond leuchtete scharf durch die runden luken der fensterläden er betrachtete sie niemals hatte er sie so gierig betrachtet im mondlicht erschien sie ihm begehrenswert als hätte er sie noch niemals vorher nackt gesehen er kannte sie genau jeden zug an ihrem körper noch besser als die züge ihres angesichts warum jetzt fragte er sich warum überhaupt ein großer zorn gegen die frau erhob sich in ihm aber je zorniger er wurde desto kostbarer erschien sie ihm auch es war als machte sie sein zorn mit jeder sekunde reizvoller sie richtete sich ganz auf er fasste sie an den schultern ihr körper leuchtete er drückte sie mit übermäßiger gewalt nieder so hielt er sie eine zeitlang fest in den kissen er wusste dass er ihr wehtat sie stöhnte nicht einmal und das erbitterte ihn heftiger er stürzte sich über sie er hatte das wonnige gefühl dass er sie zerstörte während er sie liebte ein lautes schmerzes wollte er hören er wartete darauf sie blieb still und kalt es war als schliefe er nicht mit euphemia sondern mit einem fernen abbild von ihr wo war sie eigentlich sie lag schon unten in den armen sameschkins sag etwas bat er sie sie schwieg wie um seine vorstellung dass sie nur ein bild sei vollkommen zu machen warum sagst du nichts ich weiß nicht ich habe schon alles gesagt willst du wirklich mit sameschkin leben ich muss warum musst du ich weiß nicht soll ich fortgehen ja liebst du mich nicht ich weiß nicht liebst du sameschkin ich gehöre ihm warum ich weiß nicht sie wandte sich von ihm ab sie schlief sofort ein es war es war als sei sie weit weg gegangen ohne abschied er lag lange wach und sah den mond durch die luke und kam sich sinnlos und töricht vor sein ganzes leben war sinnlos welch ein böser gott hatte ihn zu euphemia gebracht bald glaubte der eichmeister eibenschutz dass er irre geworden sei nur weil ihm der satz eingefallen war wer regiert denn überhaupt die welt seine furcht war so groß dass er wie um ihr zu fort zu kommen und sein schicksal selbst zu erfüllen sich im bett aufrichtete und laut den satz aussprach wer regiert eigentlich die welt er war ähnlich einem menschen der aus angst vor dem tode einen versuch unternimmt sich zu töten aber er lebt weiter und fragt sich bin ich eigentlich schon tot bin ich eigentlich schon wahnsinnig er erhob sich sehr früh euphemia schlief noch er betrachtete sie noch einmal lange das schlafende abbild der fernen euphemia sie schlief die hände über dem nacken verschränkt in einer ungewöhnlichen lage und es sah beinahe so aus als wüsste sie dass er sie betrachtet er wusch und rasierte sich gewissenhaft wie jeden morgen er war gewöhnt von seiner dienstzeit her des morgens eine halbe stunde an nichts anderes zu denken als an die zubereitung seines gesichts er putzte rock weste und hose er benahm sich dabei sehr behutsam um euphemia nicht zu wecken er ging daran seinen koffer zu packen aber mitten in dieser arbeit fiel ihm ein dass er hier doch noch zu tun haben werde er ließ den koffer aus dienstlichem pflichtgefühl wie er glaubte auf den zehn ging er hinaus unten in der schankstube stieß eibenschutz auf sameschkin den maroni brater er lächelte ihm entgegen mit all seinen blendenden zähnen er trank tee und aß brot mit schmalz und salzte es immerfort es war dem arm eibenschutz als streute er dieses salz auf ihn auf eibenschutz nicht auf das brot er bezwang sich und sagte guten morgen sameschkin in diesem augenblick erfüllte ihn ein heißer hass gegen sameschkin wie er ihn so ansah länger den plappernden und lachenden begann er euphemia zu hassen er hoffte dass er klarheit bekäme wenn er einmal nur fort wäre es war gut dass der schimmel so klug war ein kluger schimmel allein ohne ihn hätte eibenschutz den weg nicht nach hause gefunden er fuhr zuerst ins amt seit vielen tagen stapelten sich dort papiere auf die ihn erwarteten er fürchtete sich vor den papieren die ihn erwarteten 27. kapitel eine woche im ganzen wohnte der eichmeister anselm eibenschutz zu hause die frau regina bekam ihn nicht zu sehen das kind des schreibers hörte er manchmal kreischen eines tages unterwegs während er mit dem wachtmeister slama auf dem wegelchen saß sie fuhren nach blotti begann er zu erzählen es drückte ihm das herz ab er musste sprechen und es gab weit und breit keinen menschen nur den wachtmeister slama zu wem sollte man reden ein mensch muss zu einem menschen reden also erzählte der eichmeister dem wachtmeister seine geschichte er erzählte dass er bis zur stunde in der euphemia er gekannt hatte gar nicht gewusst hatte was das leben bedeutet und er erzählte auch dem wachtmeister von dem betrug seiner frau mit dem schreiber josef nowak der gendarmeriewachtmeister war ein sehr einfacher mensch aber er verstand alles was ihm eibenschutz erzählte und zum zeichen dafür dass er es verstehe nahm er die pickelhaube ab als könnte er barhäuptig zuversichtlicher mit dem kopf nicken es war dem eibenschutz sehr leicht ums herz nachdem er seine ganze geschichte erzählt hatte er wurde geradezu fröhlich und er war so traurig dem wachtmeister slamer fiel nichts ein aber er wusste wohl dass man etwas fröhliches sagen müsse und er sagte also schlicht und ehrlich das würde ich nicht aushalten er wollte eibenschutz trösten aber er machte ihn nur trauriger auch ich begann slamer bin betrogen worden meine frau hat sich da vertrauen gegen vertrauen mit dem sohn des bezirkshauptmanns eingelassen sie ist an der geburt gestorben eibenschutz den die ganze geschichte nicht berührte sagte nur sehr traurig ihn kümmerte sein eigenes schicksal und was ging ihn die verstorbene frau slamers an der wachtmeister aber einmal im erzählen und mit aufgerissener herzenswunde hörte nicht auf von seiner frau zu berichten dabei waren wir sagte er zwölf jahre verheiratet und denken sie es war gar kein mann mit dem sie mich betrogen hat es war ein jüngling der sohn des bezirkshauptmanns er war ein kadettenschüler und als hätte es eine besondere bedeutung fügte er nach einer weile hinzu ein kavallerie kadettenschüler aus märischweißkirchen längst hörte eibenschutz nicht mehr zu es tat ihm aber wohl dass ein mensch neben ihm redete ähnlich wie es manchmal einem wohl tut wenn es so daher regnet und man versteht auch die sprache nicht die der regen redet sie hatten in blotino einen laden zu besuchen den milchhändler und gastwirt proxiner aber sie blieben den ganzen tag dort man fand bei proxiner im ganzen fünf falsche pfundgewichte man zeigte den proxiner an man ging dann ins wirtshaus zum gleichen proxiner der angezeigte proxiner kam an den tisch und versuchte ein gespräch mit dem eichmeister und wachtmeister anzuknüpfen aber sie waren beide dienstlich und strenge das heißt sie bildeten sich ein dass sie dienstlich und strenge seien einen ganzen tag bis zum späten abend blieben sie dort dann sagte eibenschutz fahren wir nach swabi dorthin fuhren sie auch sie spielten tarok mit kapturak kapturak gewann immer wieder der eichmeister eibenschutz hätte auch gewinnen können wenn er nur acht gegeben hätte er aber dachte an euphemia und konstantin sameschkin endlich es war schon spät in der nacht kamen sie beide an den tisch euphemia und sameschkin sie kamen arm in arm die treppe hinunter arm in arm traten sie an den tisch sie erinnerten an bruder und schwester eibenschutz bemerkte plötzlich dass sie beide die gleichen schwarzblauen haare hatten es war ihm auf einmal als begehrte er die frau nicht mehr aus liebe wie bisher sondern aus hass sameschkin lächelte gutherzig und mit allen seinen weißen zähnen wie immer indessen reichte er freigebig seine rostbraune große starke hand es sah aus als verteilte er spenden er setzte sich in seiner nicht leicht begreiflichen sprache erzählte er dass er heute gute geschäfte gemacht hatte sogar aus lotto grott wäre man zu ihm gekommen ruhe kastanien zu kaufen euphemia saß zwischen den männern sie schwieg sie war stumm einer blume ähnlich die man einen tisch gesetzt hat statt sie auf ihn zu stellen eibenschutz betrachtete sie fortwährend er versuchte ihrem blick einmal wenigstens zu begegnen aber es gelang ihm nicht ihre augen ging irgendwo in der weite spazieren weiß gott woran sie denken mochte sie begann aufs neue zu spielen und eibenschutz gewann immer wieder er schämte sich ein bisschen während er das geld einsteckte immer noch saß euphemia am tisch eine stumme blume sie leuchtete und schwieg ringsum herrschte der gewöhnliche lärm den die deserteure verursachten sie hockten auf dem boden und spielten karten und würfelten sobald sie alles verspielt hatten begannen sie zu singen sie sangen wie gewöhnlich das lied yalu beauty bia falsch und mit krächzenden stimmen schließlich erhoben sich euphemia und sameschkin arm in arm gingen sie hinauf und der arme eichmeister eibenschutz sah ihnen ohnmächtig nach es kam ihnen schließlich in den sinn dass er hier bleiben müsste ja hier bleiben er hatte schon ein wenig getrunken der eichmeister eibenschutz es schien ihm plötzlich dass er sameschkin verdrängen könnte wenn er nur hier bliebe einfach im hotel bliebe auch graute es ihm entsetzlich vor der rückkehr obwohl er gewiss war dass es seine frau nicht sehen würde noch ihr kind das kind des schreibers nowak plötzlich erschien ihm auch der wachtmeister slamer sehr vertraut zu ihm sagte eibenschutz sagen sie soll ich hier bleiben der gendarme dachte nach und griff an den kopf und es war als nehme er den helm noch einmal ab den er natürlich längst abgelegt hatte ich glaube sie sollten hier bleiben sagte er schließlich nach einigen nachdenken und der eichmeister eibenschutz blieb in der grenz schenke später ein paar wochen später wusste er selbst nicht mehr weshalb er den gendarm slamer um rat gefragt hatte und weshalb er in der grenz schenke geblieben war es ging dem eichmeister eibenschutz überhaupt sehr schlecht in dieser zeit der winter kam vor diesem winter hatte eibenschutz angst achtundzwanzigstes kapitel ach was war das für ein winter seit jahren hatte man dergleichen nicht gesehen er kam plötzlich daher wie ein ganz großer scharfer herr daher kommt mit peitschen der fluss strominga gefror sofort an einem tage eine dicke eisschicht überzog ihn plötzlich als hätte sie sich nicht aus dem wasser selbst gebildet sondern als wäre sie von irgendwoher gekommen gott weiß woher nicht nur dass die spatzen tot von den dächern fielen sie erfroren auch mitten im flug sogar die raben und krähen hielten sich dicht in der nähe der menschlichen behausungen auf um nur ein bisschen wärme zu ergattern vom ersten tage an hingen die eiszapfen groß und stark von den dächern und die fenster sahen aus wie dicke kristalle ach wie einsam war da der eichmeister eibenschutz den und jenen kannte er zum beispiel den wachtmeister slama und den kaufmann balaban und den kleinen kapturak aber was bedeuteten sie alle in seiner riesengroßen einsamkeit erschienen ihm die paar menschen die er kannte wie verlorene fliegen in einer eisigen wüste er war sehr unglücklich der eichmeister eibenschutz auch suchte er gar nicht mehr nach den menschen und er fühlte sich beinahe wohl in seiner wüste jetzt wohnte er wieder in der schenke er wohnte wieder in der nähe euphemias ja er stand sehr früh auf um sie kommen zu sehen sie kam früher als sameschkin er stand erst eine stunde später auf gutmütig war er und auch faul sehr faul er liebte das frühe aufstehen nicht ja er hasste den morgen übrigens kamen die leute die maroni kaufen wollten erst am nachmittag was sollte sameschkin am frühen morgen er liebte nun einmal keinen frühen morgen dennoch erwartete eibenschutz auch ihn geduldig es tat dem eibenschutz wohl in der nähe sameschkins zu sein er begann sogar sameschkin zu lieben immerhin hatte sameschkin noch etwas von der süßen süßen wärme euphemias und es war so kalt in diesem winter und er war so einsam der eichmeister eibenschutz er war so einsam der eichmeister eibenschutz dass er manchmal vor das große rostbraune tor der schenke trat und sich neben sameschkin den maroni brater stellte ungeachtet seiner stellung und seines amtes es kamen verschiedene leute kastanien kaufen rohe und gebratene und manchmal ließ sich der eichmeister eibenschutz sogar herbei den leuten die maroni zu verkaufen während der zeit in der sameschkin ausgetreten war sehr lieb wurde ihm sameschkin mit der zeit er verstand nicht recht warum aber sameschkin wurde ihm eben lieb mit der zeit begann er ihn zu lieben wie man einen bruder liebt 29. kapitel es ging alles gut oder halbwegs gut bis zu jenem tage an dem das unwahrscheinliche geschah es war nämlich so als ob der winter plötzlich aufgehört hätte ein winter zu sein er hatte einfach beschlossen kein winter mehr zu sein mit entsetzen hörten die einwohner des bezirks das eis über der strominka krachen kaum eine woche nach weihnachten laut einer alten sage die in der gegend umging bedeutete dieses krachen des eises ein großes unglück für den kommenden sommer alle menschen waren sehr erschrocken und mit verstörten gesichtern gingen sie einher nun sie hatten recht die alte sage hatte recht es begann nämlich ein paar tage nach dem krachen des eises eine fürchterliche krankheit in der stadt zu wüten eine krankheit die sonst nur in heißen sommern aufzutreten pflegte es war die cholera es taute an allen enden und ecken man hätte sagen können der frühling sei schon gekommen in den nächten regnete es es regnete sachte und gleichmäßig es sah aus wie ein trost des himmels aber es war ein falscher trost des himmels schnell starben die menschen dahin kaum waren sie drei tage krank gewesen die ärzte sagten es sei die cholera aber die leute in der gegend behaupteten es wäre die pest es ist aber auch gleichgültig was für eine krankheit es war jedenfalls starben die leute als das sterben gar kein ende mehr nehmen wollte begann die stadthalterei viele ärzte und medikamente nach dem bezirks lotto grott zu schicken es gab aber viele die sagten ärzte und medikamente würden höchstens schaden und die verordnung der stadthalterei sei noch schlimmer als die pest das beste mittel sich das leben zu bewahren so sagten sie sei der alkohol es begann also ein gewaltiges trinken gar viele leute die man sonst dort nicht gesehen hatte kamen jetzt nach swabi in die grenz schenke auch der eichmeister eibenschutz begann in unmäßiger weise zu trinken und zwar nicht so sehr deshalb weil er die krankheit und den tod fürchtete sondern weil ihm die allgemein gewordene sucht zu trinken sehr gelegen war es lag ihm keineswegs daran der großen seuche zu entgehen sondern vielmehr seinem eigenen leid ja man könnte sagen dass er geradezu die seuche begrüßte denn sie bot ihm gelegenheit seinen eigenen schmerz zu mildern und ihm schien es er sei so riesengroß wie es keine seuche sein könne er sehnte sich eigentlich nach dem tode die vorstellung dass er eines der vielen opfer der cholera werden könnte war ihm sehr angenehm ja sogar vertraut aber wie den tod erwarten wenn man nicht wusste ob er wirklich kommen würde ohne sich zu betäuben also drang der eichmeister eibenschutz alle die noch am leben blieben ergaben sich dem schnaps von den deserteuren nicht zu reden dreigläubiger jatlovkas hat er die cholera schon dahin gerafft und übrig blieb nur der kleine kapturak der unverwüstliche kapturak auch er trank sein gelbes zerknittertes gesicht rötete sich nicht nichts konnte ihm etwas anhaben weder die bazillen noch der spiritus freilich starben nicht alle aber viele lagen krank da nieder in der grenz schenke spielten nur noch der eichmeister der gendarm slama der gauner kapturak und der maroni händler sameschkin man konnte ihn überhaupt kaum noch einen maroni händler nennen er verkaufte nämlich fast gar keine kastanien mehr wie sollte man auch kastanien in einer gegend verkaufen in der die cholera herrschte und welch eine cholera die leute starben wie die fliegen das sagt man so in wirklichkeit sterben die meisten fliegen langsamer als die menschen es dauerte drei oder acht tage je nachdem dann wurden die menschen blau die zungen hingen aus den offenen mündern sie taten noch ein paar atemzüge und schon waren sie hinüber was nützten die ärzte und die medikamente die man von der statthalterei geschickt hatte eines tages kam von der militärbehörde der befehl das regiment der 35er möge unverzüglich den bezirks lotto grott räumen und jetzt entstand ein noch größerer schrecken bis jetzt hatten die armen leute geglaubt der tod sei gleichsam nur zufällig durch ihre häuser und hütten gegangen nun aber da man die garnition verlegte war es auch von staatswegen beschlossen und besiegelt dass die pest wie sie es nannten eine dauernde angelegenheit war der winter wollte gar nicht wieder anfangen man sehnte sich nach dem frost den man sonst so gefürchtet hatte es kam kein frost es kam kein schnee es hagelte höchstens bisweilen und meist regnete es und der tod ging um und mähte und würgte eines tages ereignete sich etwas ganz seltsames es fiel nämlich ein paar stunden lang ein roter regen ein blutregen sagten die leute es war eine art rötlichen ganz feinen sandes er lag zentimeter hoch in den gassen und fiel von den dächern es war als bluteten die dächer da erschraken die leute noch mehr als damals bei der verlegung der garnition und obwohl noch eine kommission von der stadthalterei nach dem bezirks lottokrott geschickt wurde und obwohl diese gelehrten herren den leuten in der gemeindestube erklärten der blutregen sei ein roter sand der von weit her aus der wüste durch ein besonderes aber der wissenschaft bekanntes phänomen hierher gekommen sei wich die fürchterliche angst nicht aus den herzen der leute und sie starben noch schneller und jeher als vorher sie glaubten das ende der welt sei angebrochen und wer hätte da noch lust zum leben haben können die cholera verbreitete sich mit der schnelligkeit eines feuers von hütte zu hütte von dorf zu markt flecken von da ins nächste dorf unversehrt blieben nur die einzelstehenden gehöfte und das schloss des grafen choinezi unversehrt blieb auch die grenz schenke in swabi obwohl so viele menschen dort ein und ausgingen es schien als erstürben die bazillen sofort im dunst des alkohols der die schenke umwölkte was aber den eichmeister eibenschutz betraf so trank er keineswegs etwa aus angst vor der epidemie im gegenteil er trank nicht weil er sich vor dem sterben fürchtete sondern weil er am leben bleiben musste am leben bleiben ohne euphemia seit einiger zeit sah er sie überhaupt nicht kapturak und sameschkin versorgten gemeinsam den laden es kamen überdies nur wenige kunden weiß gott was euphemia ganze tagelang allein in ihrem zimmer machte was machte sie nur eines nachts nachdem er sehr viel getrunken hatte mit und 90 gradigen durcheinander fasste der eichmeister eibenschutz den wirren entschluss in ihr zimmer zu gehen sein zimmer war es doch eigentlich er konnte es anders nicht mehr aushalten je verworrener seine gedanken wurden desto klarer stand vor seinen augen das bild der euphemia er hätte sie beinahe mit den händen greifen können die nackte euphemia so wie sie vor ihm da lag wenigstens anrühren will ich sie dachte er sich nur anrühren gar keine von den wonnen die ihr körper enthält aber anrühren 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 sagte er auch laut vor sich hin während er die treppe hinauf tockelte die tür war offen er trat ein euphemia drehte ihm den rücken zu sie saß da im halbdunklen zimmer und sah zum fenster hinaus es mochte sie draußen zu betrachten haben es regnete wie alle tage in der finsteren nacht im regen was suchte sie eigentlich hinter den fenstern ein winziges naphtalämpchen brannte es stand hoch oben auf dem kleiderschrank es erinnerte eibenschutz an einen trüben und törichten stern warum wandte sie sich nicht um war er so leise eingetreten er war unfähig sich darüber Rechenschaft zu geben wie er eingetreten war er wusste jetzt nicht einmal mehr wann es gewesen sein konnte er schwankte zwar aber es schien ihm dass er stehe seit ewigkeiten stand er so da euphemia rief er sie wandte sich um sie stand sofort auf sie kam zu ihm sie legte die arme um seinen hals rieb ihre wange an der seinen und sagte nicht küssen nicht küssen sie ließ ihn wieder los es ist traurig du sagte sie ihre arme hingen schlaff am körper zwei verwundete flügel sie erschien eibenschutz jetzt überhaupt wie ein großer schöner verwundeter vogel er wollte ihr sagen sie sei ihm das teuerste auf der welt und er wolle für sie sterben aber er sagte nur gegen seinen willen ich fürchte nicht die cholera ich fürchte nicht die cholera und dabei hatte er so viele schöne zärtliche worte im herzen für euphemia aber die zunge gehorchte nicht die zunge gehorchte nicht er fühlte plötzlich dass ihm schwindelte und er lehnte sich gegen die tür in diesem augenblick wurde sie aufgestoßen und eibenschutz fiel nieder er wusste alles was vor ging er sah genau wie sameschkin eintrat zuerst eine sekunde erstaunt stehen blieb dann hörte er wie sameschkin mit seiner fröhlichen gröhlenden stimme fragte was macht er hier und wie euphemia antwortete du siehst ja er hat sich geirrt er ist besoffen ich bin also besoffen dachte der eichmeister eibenschutz er fühlte sich unter den armen angefasst sameschkin war es sicher nicht es waren starke arme und zur tür die noch halb offen stand hinausgeschleppt er fühlte dass man ihn wieder los ließ und er hörte noch deutlich dass ihm sameschkin eine gute nacht wünschte es ist wahrhaftig eine gute nacht dachte er und er schlief ein wie ein hund quer vor der tür der geliebten euphemia neben den stiefeln sameschkins dreißigstes kapitel am morgen sehr früh weckte ihn der diener onufri er hatte einen brief für den eichmeister einen brief mit einem amtsstempel der eichmeister eibenschutz erhob sich zerschlagen und müde wie er war von der harten kalten diele er schämte sich ein wenig vor dem diener onufri weil er hier vor der schwelle euphemias geschlafen hatte er erhob sich und las den brief mit dem amtsstempel der brief war vom bezirksarzt dr kinova abgesandt und enthielt folgenden text sehr geehrter herr eichmeister pflichtgemäß teile ich ihnen mit dass ihr kind gestern abend gestorben ist ihre frau ist in lebensgefahr sie wird meiner meinung nach die folgende nacht nicht mehr überstehen hochachtungsvoll dr kinova der brief war kaum leserlich auf einem rezeptblatt geschrieben in hastiger medizinischer schrift dennoch erschütterte sie den eichmeister eibenschutz er ließ einspannen erfuhr nach hause er fand seine frau im bett in dem gleichen bett in dem er mit ihr immer geschlafen hatte jetzt war es von medizin aller art umstellt und es roch nach kampfer betäubend und erschütternd sie erkannte ihn sofort sie war vollkommen verändert sie sah bläulich aus ihre lippen waren beinahe violett er erinnerte sich genau an diese lippen als sie noch rot gewesen waren wie kirschen und dass sie ihn geküsst hatten er fürchtete sich nicht vor der krankheit was brauchte er den tod zu fürchten seine frau selbst hatte angst ihm die hand zu geben eine kraftlose gelbe hand ein paar mal streckte sie sich ihm entgegen als hätte sie keinen eigenen willen einmal sagte die frau offenbar mit großer und letzter kraft man ich hab dich immer geliebt muss ich sterben es erschütterte den eichmeister eibenschutz dass sie ihn nicht beim vornamen sondern nur man nannte er wusste auch nicht weshalb es ihn so ergriff das tote kind war längst hinaus gebracht worden die frau wusste nicht einmal dass es gestorben war die nonne saß reglos am fußende des bettes den rosenkranz mit dem kreuz in der hand sie war still wie ein heiligenbild nur ihre lippen bewegten sich und von zeit zu zeit hob sie die hand und schlug das kreuz am kopfende saß eibenschutz er beneidete die nonne um ihre unbeweglichkeit er musste immer wieder aufstehen und ein paar schritte machen und zum fenster gehen und in die trübsal des regens hinaus blicken er hätte gern seiner frau etwas gutes tun wollen musik machen zum beispiel als knabe hatte er einmal geige gespielt manchmal ging ein schüttern durch den körper der sterbenden das ganze breite bett schüttelte und quietschte manchmal erhob sie sich steil wie eine tote kerze sah sie aus in der glatten weißen jacke bald fiel sie wieder zurück wie eine umgestürzte sache umfällt nicht wie ein mensch der doktor kam er konnte nicht mehr helfen er konnte nur erzählen dass das einzige krankenhaus des ganzen bezirks längst überfüllt sei die kranken lagen auf dem boden man musste die neu erkrankten in den häusern lassen er roch eindringlich nach kampfer und jodoform in einer wolke aus gestank ging er einher er ging und es wurde sehr einsam im zimmer die nonne stand plötzlich auf um die kissen zu richten und das war wie ein großes ereignis sie setzte sich sofort wieder hin und erstarrte der regen sang leise auf den fensterbrettern manchmal hörte man auch draußen schweres räder rollen es fuhren die zwei lastvorwerke der gemeinde vorbei hoch beladen mit sergen und schwarz überdeckt die kutscher trugen schwarze kapuzen und das regennasse schwarz schimmerte und obwohl es noch tag war waren die laternen hinten an dem wagen angezündet sie blinkten trübe und baumelten und schaukelten und man glaubte auch zu hören dass sie klirrten obwohl es der schweren räder wegen unmöglich war die schweren pferde trugen überdies ein gehänge von viel zu zarten glöckchen die sachte wimmerten manchmal fuhr der halboffene wagen der pfarrei vorüber der priester saß darin mit dem allerheiligsten der lahme gaul trottete langsam dahin die räder knirschten deutlich hörbar im zähen schlamm sehr selten huschte ein fußgänger vorbei überdacht von einem regenschirm auch der sah aus wie eine festgespannte leichenplache im zimmer tickte die uhr die frau atmete die nonne flüsterte als der abend zu dämmern begann entzündete die schwester eine kerze einsam stand sie unwahrscheinlich groß und einsam in der mitte des zimmers in der mitte auf dem runden tisch ihr licht war spät und gütig es schien dem eichmeister sie sei das einzig gütige in der welt plötzlich erhob sich die frau sie streckte beide arme nach dem mann aus und fiel sofort mit einem sehr schrillen schrei zurück die schwester beugte sich über sie sie schlug das kreuz und drückte der toten die augen zu eibenschutz wollte näher treten aber die nonne wies ihn zurück sie kniete nieder ihr schwarzes kleid und ihre weiße haube sahen auf einmal sehr mächtig aus sie erinnerte an ein schwarzes haus mit einem verschneiten dach und dieses haus trennte eibenschutz von seinem toten weibe er drückte seine heiße stirn gegen die kühle scheibe und begann heftig zu schluchzen er wollte sich schnäuzen suchte nach dem taschentuch fand es nicht griff aber nach der flasche die er seit wochen stets bei sich trug zog sie hervor und tat einen tiefen schluck sein schluchzen erlosch sofort er ging leise hinaus ohne hut und mantel und stand da im faulen fauligen geriesel des regens es war als regnete ein sumpf hernieder einunddreißigstes kapitel es wurde immer schlimmer nun war man schon im anfang des februars und immer noch hörte die seuche nicht auf drei leichen bestatter starben die gemeindediener weigerten sich in die toten häuser zu gehen es kam anweisung von der stadthalterei die sträflinge als leichen bestatter zu verwenden es wurden aus dem großen kerker in slotzkow die sträflinge in den bezirks lotto grott gebracht man band sie je sechs mit ketten zusammen mit langen ketten und klirrend und rasselnd stiegen sie in den zug von gendarmen mit aufgepflanzten bayonetten begleitet man verteilte sie überall im bezirks lotto grott je sechs in jedem flecken und im städtchen zwölf man zog ihnen eine besondere art von mänteln mit kapuzen an alles mit chloroform behandelt in diesen sandgelben und sehr schrecklichen kitteln mit geklirr und gerassel von gendarmen bewacht traten sie in die häuser und hütten und mit geklirr und gerassel trugen sie die särge hinaus und luden sie auf die großen leiterwagen der gemeinde sie schliefen auf dem boden in den gendarmerie wachstuben manchen von ihnen gelang es an der cholera zu erkranken sie kamen ins krankenhaus und es war dann als ob sie krank wären denn in wirklichkeit waren sie gar nicht krank manchen gelang es sogar scheinbar zu sterben das heißt kapturak veranlasste die gemeindeschreiber falsche tote einzutragen von allen sträflingen starb in wirklichkeit nur ein einziger und der war alt und immer schon krank gewesen die klügsten entkamen alle anderen blieben am leben es war als beschützten sie die ketten und die sehnsucht nach der freiheit vor der epidemie sicherer als die vorsichtsmaßregeln des bezirksartes dr kinova auch die deserteure die aus russland kam steckten sich nicht an was können schon so winzige bazillen gegen eine so große sehnsucht des menschen nach der freiheit unter den sträflingen die damals aus dem slotzkower kerker nach slottokrott kommen waren befand sich auch laibusch jadlovka auch er sank eines tages nieder just während er den leichenwagen begleitete er wurde von der kette losgebunden er schleppte sich ganz langsam vom gendarm begleitet zum slottokrotter krankenhaus der kleine kapturak kam wie zufällig des weges daher jadlovka machte sich den spaß noch einmal niederzufallen kapturak legte den regenschirm weg und er und der gendarm stellten jadlovka wieder auf kapturak nahm den regenschirm in einer hand und den anderen arm steckte er unter den arm jadlovkas der gendarm ging hintendrein kapturak brauchte nichts zu sagen er verständigte sich mit dem kranken durch schnelle blicke und durch sehr deutliche nuancierte druckarten des armes wohin mit dir fragte eindruck sehr gefährlich antwortete der armmuskel jadlovkas wir werden sehen es kann sich alles kletten sagte wieder der arm kapturaks ein tröstlicher arm so schleppten sie sich langsam zum spital vor dem eingang bekam jadlovka noch eine flasche 90 gradigen er verbarg sie hortig und sicher 32 kapitel es war eine sehr schwere sache mit jadlovka und kapturak zerbrach sich den kopf auf welche weise man ihn sterben lassen könnte zu sehr bekannt war in der gegend als der besitzer der grenz schenke und auch sonst einfach als jadlovka der wachtmeister slama kannte ihn und der eichmeister eibenschutz aber ein glücklicher zufall fügte es dass der wachtmeister slama aufgrund seines gesuches dass er beim ausbruch der cholera eingereicht hatte nach potgotzer versetzt wurde er war stabs wachtmeister geworden und kommandant eines gendarmerie postens auf diese weise war man wenigstens einen feindlos aber es blieb noch der andere der eibenschutz jadlovka und kapturak beschlossen den eichmeister eibenschutz zu vernichten auf welche weise vernichtet man den eichmeister eibenschutz vor allem ging es darum den jadlovka zu verbergen von den cholera kranken im spital starb nach drei tagen einer es war der bauer michael komnik um den kein mensch sich kümmerte kein hahn krähte nach ihm und ihn begrub man unter dem namen laibusch jadlovka 42 jahre alt beruf gastwirt geboren in kolomea nebenbei gesagt waren auch diese angaben falsch jadlovka hieß nicht jadlovka er war nicht 42 jahre alt und auch nicht in kolomea geboren unter dem namen michael komnik wurde jadlovka aus dem spital entlassen als geheilt aber wohin unterbringen kapturak holte ihn zuerst am spieltaltor ab und führte ihn vor der hand er hatte eine geschwätzige frau der er nicht traute deshalb sagte er ihr ein neuer gast ist gekommen mein lieber vetter hudes er muss ein paar tage hier wohnen was tut man nicht für einen vetter selbst in diesen zeiten man stellte sechs stühle zusammen je drei auf einer seite und darauf bettete man den falschen hudes er rührte sich nicht aus dem haus er schlief lange und aß viel kapturak hatte nur ein zimmer und eine küche man aß in der küche obwohl er nur auf sechs sesseln schlief schien der falsche vetter hudes das ganze zimmer einzunehmen die stühle wurden niemals weggerückt sofort nachdem er gegessen hatte ging der vetter hudes ins zimmer um sich hinzulegen er schlief sofort ein satt und unbedenklich und stark wie er war er schnarchte und man glaubte dass die wände bebten was sollte man mit ihm machen kapturak wartete auf die versetzung des gendarmeriewachtmeisters slama in den ersten tagen des februars war es soweit und slama hatte nur noch ein paar tage bis zu seiner abfahrt gewissenhaft wie er war ging er überall hin um abschied zu nehmen trotz der cholera und sogar von jenen leuten die er gerne verhaftet hätte zuerst begab er sich in die grenz schenke um dem eichmeister eibenschutz adieu zu sagen und er erschrak als er den eichmeister wieder sah eibenschutz war verwandelt eibenschutz war einfach betrunken trotzdem tranken sie noch zwei drei gläschen und nahmen einen herzlichen abschied voneinander der eichmeister weinte ein wenig der wachtmeister fühlte eine heftige rührung der kleine kapturak saß daneben und zog sein taschentuch und wischte sich die augen es waren trockene augen er dachte nur daran wie er jatlovka verbergen könnte bevor der wachtmeister fortging trat er näher und flüsterte wisst ihr der jatlovka ist an der cholera gestorben sagt nichts der euphemia wir hypothekare haben jetzt das hotel ich habe hier immer noch die aufsicht trotz der cholera sagte der eichmeister eibenschutz und der wachtmeister slama knöpfte seinen mantel zu schnallte den säbel um und stülpte den helm auf und drückte dem eichmeister noch einmal die hand so jatlovka ist also tot sagte er mit einiger feierlichkeit es war als nehme er auch von dem vermeintlich toten abschied vor kapturak salutierte er nur mit zwei fingern weg war er dem eichmeister eibenschutz schien es als wäre er von gott und der welt verlassen er sehnte sich nach sameschkin in diesem augenblick aber der schlief oben mit der geliebten sehr geliebten euphemia 33. kapitel am 21. februar genau auf den tag brach plötzlich ein starker frost aus und alle welt begrüßte ihn freudig der liebe grausame gott schickte cholera und frost je nachdem nach der cholera begrüßten die leute den frost über nacht gefrohr die stromingka der regen hörte plötzlich auf der schlamm in der mitte der straße wurde hart und trocken wie glas graues trübes glas und von einem sehr klaren gläsernen himmel schien die sonne sehr hell aber auch sehr ferne auf den hölzernen bürgersteigen gefror das geriesel der überrest des regens und die menschen gingen daher mit eisenbeschlagenen stöcken um nicht auszugleiten ein eisiger wind wehte nicht von nord oder süd osten oder westen sondern ein wind der aus gar keiner richtung zu kommen schien vom himmel kam er vielmehr von oben herab wehte er wie sonst nur regen oder schnee von oben herab fällt über nacht er starb auch die cholera die kranken wurden gesund und kein gesunder mehr wurde krank man vergaß die toten wie man immer tote vergisst man begräbt sie man beweint sie am ende vergisst man sie das leben hielt wieder seinen einzug in den bezirks lotto grott das leben hielt wieder seinen einzug in den bezirks lotto grott aber dem eichmeister eibenschutz war es gleich ob die cholera herrschte oder nicht seit dem tod seiner frau trank er nicht etwa aus angst vor dem tod sondern aus sehnsucht nach dem tod er übertraf alle trinker er wohnte wieder in der grenz schenke in swabi sein haus ins lotto grott verwaltete nur die markt und er kümmerte sich nicht darum wie sie es verwaltete er konnte sich überhaupt um nichts mehr kümmern er trank er geriet in den alkohol wie in einen abgrund in einen weichen verführerischen sanft gebetteten abgrund er derzeit seines lebens so fleißig darauf bedacht gewesen war sein aussehen zu pflegen aus dienstlichen gründen die eigentlich bereits gebote seiner natur geworden waren begann jetzt nachlässig zu werden in der haltung im gang im angesicht es begann damit dass er nachdem er eine ganze nacht durchgetrunken hatte sich in das bett legte ohne mehr auszuziehen als rock und weste und schuhe er schnallte die hosenträger ab zu faul war er noch hose und strümpfe abzulegen von der kaserne her war er gewohnt gewesen sich abends vor dem schlafen gehen zu waschen und zu rasieren denn der dienst begann schon um sechs uhr früh jetzt begann er zuerst das rasieren auf den morgen zu verschieben als er sich aber erhob war es schon spät um den mittag etwa und er erinnerte sich daran dass es manche leute gab die sich nur jeden zweiten tag rasierten oder rasieren ließen noch hatte er die kraft sich zu waschen noch betrachte er sich im spiegel und nicht etwa um zu sehen wie gut er aussehe sondern vielmehr um zu erfahren ob er noch nicht schlecht genug aussehe sehr oft überfiel ihn die hässliche lust nachdem er aufgestanden war seine zunge genau zu betrachten obwohl er gar kein interesse an ihr hatte und sobald er sich selbst einmal die zunge sozusagen aus trotziger neugier heraus gestreckt hatte konnte er nicht mehr umhin sich allerhand krimassen vor dem spiegel zu schneiden und manchmal rief er sogar seinem spiegelbild ein paar wütende worte zu manchmal konnte er von der selbstbetrachtung im spiegel gar nicht mehr loskommen es sei denn er griff nach der flasche die immer am fußende seines bettes stand er schüttete einen schluck ins wasserglas und noch einen und noch einen nachdem er drei solcher schlucke getan hatte schien es ihm er sei wieder der alte eichmeister anselm eibenschutz in wirklichkeit war er es nicht er war ein ganz neuer ein ganz veränderter anselm eibenschutz jeden tag in der früh war er gewohnt gewesen einen heißen tee mit milch zu trinken auf einmal aber eines nachts kam es ihm in den sinn dass er tee mit milch nicht trinken dürfe solange sameschkin da sei und er mit euphemia nicht zusammen sein könnte erst im frühling erst im frühling rief er sich zu und er begann jeden morgen den tee den man ihnen zimmer brachte in die waschschüssel zu gießen denn er schämte sich und er wollte niemanden merken lassen dass er des morgens nicht mehr warmes trinke statt des warmen nahm er einen schluck 90 gradigen es wurde ihm sofort heiß und wohl und er sah trotz allem heiter ins leben sehr kräftig kam er sich vor und er glaubte er könnte alles in der welt bezwingen sehr stark war er da der eichmeister eibenschutz und der maroni brate sameschkin wird er auch bald verschwinden immer in uniform wie im zivil hat der eibenschutz sehr viel auf seine bügelfalten acht gegeben nun aber seitdem er in den hosen schlief schien es ihm dass bügelfalten nicht nur überflüssig seien hässlich waren sie auch überflüssig und hässlich war es auch die stiefel vor die tür zu stellen damit man sie putze bei allem sah der eichmeister eibenschutz immer noch stattlich aus und nur wenige konnten an ihm irgendeine veränderung wahrnehmen es sei denn sameschkin der ihm eines morgens mit all seiner ahnungslosen gutmütigkeit sagte sie haben einen großen einen riesen kummer herr eibenschutz er stand auf und ging ohne ein wort 34 des kapitel der arme eibenschutz musste bald selbst feststellen dass sich merkwürdige dinge in seinem gehirn abspielten er bemerkte zum beispiel dass er die erinnerung für die jüngst vergangenen begebenheiten verlor er wusste nicht mehr was er gestern getan gesagt und gegessen hatte es ging schnell abwärts mit ihm dem stattlichen eichmeister er musste so tun als erinnerte er sich wenn er ins amt kam und der schreiber mit ihm von einer anordnung sprach die er gestern gegeben hatte an alles und er nahm alles zusammen was er an klugheit besaß um nur vom schreiber herauszukriegen was er gestern gesagt haben konnte äußerlich sah er noch immer stattlich aus der eichmeister eibenschutz noch war er ein junger mann im ganzen 36 jahre alt er hielt sich noch stark und aufrecht zu fuß und im wegelchen aber in seinem innern brannte der schnaps wenn er ihn getrunken hatte und die sehnsucht nach dem schnaps solange er ihn nicht getrunken hatte in wirklichkeit glühte in seinem innern die sehnsucht nach einem menschen irgendeinem menschen und das heimweh nach euphemia ihr bild saß fest in seinem herzen zuweilen hatte er das gefühl er brauchte sich nur die brust zu öffnen hineinzugreifen um das bild hervor zu holen und er dachte in der tat daran dass er sich eines tages die brust öffnen würde auch sonst ging in jener zeit seltsame veränderungen in ihm vor er bemerkte sie auch er bedauerte sie sogar aber er konnte nicht mehr wieder der alte mensch werden er wollte es gerne und man kann sagen er sehnte sich nach sich selbst noch mehr zurück als er sich nach anderen menschen sehnte er wurde immer unerbittlicher und unnachsichtiger im dienst dazu trug auch ein wenig der neue wachtmeister bei der an die stelle slamas getreten war nämlich der wachtmeister pjotrak er war rothaarig und es bewahrheitete sich an ihm der alte aberglaube des volkes dass die rothaarigen böse menschen seien auch der glanz seiner augen obwohl sie knallblau waren hatte etwas rötliches gleichsam entzündetes und brennendes er sprach nicht sondern es war als ob er knurrte wenn er etwas sagte nur mit widerwillen setzte er wie das gesetz es befahl das gewehr ab wenn er in einen laden trat er lachte selten aber er erzählte dem eichmeister unaufhörlich lästige geschichten mit tiefem ernst er brauchte nichts zu sagen wenn sie zusammen in einen laden eintraten um gewichte und maße zu prüfen der eichmeister eibenschutz fühlte seinen blick und dieser scharfe blaue und zugleich rötliche blick fiel todsicher auf den verdächtigsten der gegenstände eines tages gar fand der gendarmerie wachtmeister pjotrak heraus dass man auch die qualität der waren prüfen könnte und der eichmeister gehorchte ihm er fragte nach den waren er fand verfaulte heringe und verwässerten schnaps und von mäusen angenacktes linoleum und feuchte streichhölzer die nicht brennen konnten und von motten zerfressene stoffe und aus russland herübergebrachten samagonka den selbst gebrannten schnaps den die armen bauern herstellten er hatte nie daran gedacht dass es zu den aufgaben eines eichmeisters gehörte auch die waren zu prüfen und der gendarme pjotrak der ihn darauf aufmerksam gemacht hatte bekam eine besondere bedeutung ganz langsam ganz sachte glitt der eichmeister eibenschutz in eine gewisse abhängigkeit von dem gendarmen hinein er gab sich keine rechenschaft darüber aber er fühlte es doch und manchmal empfand er sogar furcht vor dem rothaarigen mann und besonders erschreckend war der umstand dass der gendarme ganz enthaltsam war immer war er nüchtern und immer war er böse auf seinen kurzen festen fäusten standen rötliche härchen den stacheln eines igels ähnlich dieser mann war nicht nur vorschriftsmäßig bewaffnet er selbst war waffe manchmal holte er aus seiner großen schwarzen diensttasche ein butterbrot mit geräucherten schinken brach es in der mitte in zwei und bot eine hälfte dem eichmeister eibenschutz an eibenschutz nahm es obwohl er hunger hatte mit einigen widerwillen manchmal hatte er die vorstellung dass ein paar der rötlichen borsten von denen so viele auf den händerücken pjotraks wuchsen auch auf die butter oder auf den schinken gefallen waren zugleich fühlte er auch dass er ja selbst ein böser mensch geworden war und dass pjotrak gar nicht so viel übler war als er selber er zog die flache flasche aus seiner rückwärtigen hosentasche und trank einen großen starken schluck hierauf erschien es ihm dass er gar nicht böse sei dass er streng sein müsse dass er nur seine pflicht tue und damit basta kühn und ausgefüllt von einer gewissen erhitzten munterkeit drang er in die läden ein in die großen in die mittleren in die kleinen in die kleinsten manchmal flohen die spärlichen kunden denn sie fürchteten sich vor der gendarmerie vor der behörde vor dem gesetz überhaupt aus seiner diensttasche zog der gendarm das längliche schwarze in seiden rips gebundene dienstbuch sein gezückter bleistift sah beinahe aus wie sein bayonett hinter der theke stand der eichmeister eibenschütz und der kaufmann neben ihm schien verkümmert und zusammengeschrumpft man stelle sich eine zusammengeschrumpfte null neben einer entsetzlichen ziffer vor eibenschütz diktierte dem gendarmen gramme oder drei pfunde oder sechs kilo oder auch zwei meter er stellte die falschen gewichte vor sich hin wie man schachfiguren hinstellt groß und breit stand er da und er kam sich sehr mächtig vor der vollstrecker des gesetzes der gendarme notierte der händler zitterte manchmal kam aus dem hinterzimmer des ladens seine frau heraus sie rang die hände alle menschen fragten sich warum die cholera nicht den eichmeister eibenschütz getroffen hatte denn er wütete schlimmer als die cholera durch ihn kam der korallenhändler nissen pissenik ins kriminal der tuchhändler torchina der milchhändler kippura der fischer gorokin die geflügelverschleißerin tschaschkes und viele andere wie die cholera wütete er im land der eichmeister anselm eibenschütz dann kehrte er heim das heißt in die grenz schenke nach swabi und trank es kam vor während seiner fürchterlichen dienstvisiten dass die frau und die kinder eines händlers sich vor ihm auf die knie warfen und den anflehten keine anzeige zu machen sie hängten sich an seinen pelz sie ließen ihn nicht gehen aber der rothaarige pjotrak stand reglos daneben an ihn wagte sich kein weib kein kind heran weil er in uniform war eibenschütz sagte warum nicht streichen lassen wem hat er etwas getan alle berauben sie einander in dieser gegend lassen streichen eibenschütz es war nur der alte der frühere eibenschütz der so sprach der neue eibenschütz aber sagte gesetz ist gesetz und hier steht der wachtmeister pjotrak und ich war selbst zwölf jahre soldat und außerdem bin ich selbst sehr unglücklich und herz habe ich nicht im dienst und es war als nickte pjotrak fortwährend mit dem roten kopf zu all dem was da der neue eibenschütz sagte 25 des kapitel ende februar hielt eibenschütz die benachrichtigung vom ableben des streflings laibusch jadlofka zu dessen beaufsichtigung die politische behörde aus bestimmten gründen den eichmeister beauftragt hatte am abend des gleichen tages als hätte er es gewusst erschien kapturak nach langer zeit wieder in der schenke er machte den gewohnten bückling und setzte sich an den tisch an dem eibenschütz samischkin euphemia und der neue wachtmeister pjotrak saßen alle welt spielte tarok kapturak verlor dennoch war er ausgelassen heiter man verstand nicht warum er sagte außer den üblichen dummen wendungen und sinnlosen sprüchen welche die tarok spieler gebrauchen noch neue frisch erfundene noch sinnlosere wie zum beispiel das schwein hat wind oder ich verliere meine hosenträger oder gar misthaufen ist gold und ähnliches mehr mitten zwischen diese wendungen und während er so saß als überlegte er angestrengt welche karte er jetzt herauszugeben hätte sagte er wie zerstreut und in dem tonfall in dem er soeben einen seiner unsinnigen sprüche her gesagt hatte herr eich meister es ist ihnen gelungen ihr feind ist tot welcher feind fragte eibenschütz der jatlovka und in diesem augenblick legte kapturak eine karte auf den tisch er war unter den cholera sträflingen erzählte er weiter und da hat er sich angesteckt er verfault seitdem monate unter der erde seine würmer sind schon satt euphemia sagte es ist nicht wahr sie wurde blass ja es ist wahr sagte eibenschütz ich habe die amtliche nachricht euphemia erhob sich ohne ein wort sie ging die treppe hinauf sich auszuweinen sameschkin als erster legte die karten hin und er allein war es der sagte ich spiele nicht weiter sogar der rothaarige gendarme pjotrak legte die karten weg kapturak allein tat noch so als spielte er gegen sich selbst auf einmal legte auch er die karten hin wie in einem plötzlichen entschluss und sagte also werden wir gläubiger jetzt diesen gasthof erben wir sind unser sechs dabei sei er den eichmeister an es war sehr still am tisch geworden der brave sameschkin konnte es kaum ertragen er erhob sich und ging zum spielkasten ans buffet um einen dreier hinein zu werfen der spielkasten begann sofort den rakotzki marsch mit großartigen blechgetöse auszuspeien mitten in den lärm sagte kapturak zum gendarmen wissen sie seitdem sie hier sind ist unser eichmeister sehr streng geworden alle händler verfluchen ihn und drei haben schon durch ihn die konzession verloren ich tue meine pflicht sagt eibenschutz er dachte dabei an euphemia und an den alten eibenschutz der einmal gewesen war und an seine tote frau und besonders an euphemia ja besonders an euphemia dachte er und daran dass er eigentlich schon ein verlorener mann war in dieser verlorenen gegend sie tun nicht immer ihre pflicht sagte kapturak sehr leise aber in diesem augenblick hatte der kasten aufgehört zu brausen und auch die leisen worte klangen also sehr laut wie steht es damit dass sie einen bestimmten laden niemals inspizieren sie wissen welchen ich meine eibenschutz wußte wohl welchen laden kapturak im sinne hatte aber er fragte welchen denn den singer sagte kapturak wo ist dieser singer fragte der gendarm pjotrak ins lotto grott mitten ins lotto grott erwiderte kapturak gleich neben der fischerin reyes der sie vor zwei wochen die konzession genommen haben der gendarm warf einen fragenden misstrauischen blick auf eibenschutz morgen gehen wir nachsehen sagte der eichmeister plötzlich empfand er große angst vor kapturak sowohl als auch vor dem gendarm er musste noch ein gläschen trinken morgen gehen wir nachsehen wiederholte er kapturak lächelte lautlos und breit seine dünnen lippen entblößten im ganzen vier gelbe zähne zwei oben zwei unten es war als zerkaute er mit ihnen sein eigenes lächeln es war in der tat so dass der eichmeister eibenschutz noch niemals im laden singer nachgesehen hatte es war der einzige im bezirk ganz gewiss und trotz seiner großen redlichkeit und amtlichen gewissenhaftigkeit hat er es doch absichtlich unterlassen die singers zu behelligen es war übrigens ein so armseliger laden dass es sich sogar von den sehr armseligen dieser gegend unterschied er hatte nicht einmal ein schild sondern eine gewöhnliche schiefertafel auf der die frau blume singer alle paar tage und besonders wenn es geregnet hatte und die schrift unleserlich geworden war ihren namen mit kreide erneuerte es war ein winziges häuschen es bestand aus einem zimmer und einer küche und die küche war zugleich der laden auf einem winzigen viereck freien bodens vor dem eingang lag ein mittlerer misstaufen und daneben eine hölzerne bude es war die toilette der familie singer in ihrer nähe gewöhnlich auf dem müllhaufen über dem jetzt eine dicke kruste schnee und eis lag spielten die beiden knaben singer in den spärlichen stunden in denen sie nicht lernen mussten denn sie mussten lernen zumindest einer von ihnen sollte einmal das erbe seines vaters mendel antreten ach es war gar kein materielles erbe gott bewahre es war lediglich der ruf eines gelehrten und eines gerechten im zimmer hinter der küche und dem laden lernte mendel singen tag und nacht zwischen den zwei betten von denen jedes an je einer wand lehnte in der mitte lagen auf dem fußboden die strohsäcke der kinder niemals hatte sich mendel singer mit etwas anderem befasst als mit heiligen und frommen worten und es kamen auch zu ihm viele schüler er lebte kümmerlich aber er brauchte gar nichts zweimal in der woche montag und donnerstag fastete er an gewöhnlichen tagen nährte er sich nur von suppe er schlürfte sie aus einem hölzernen teller mit einem hölzernen löffel am freitagabend nur aß er forellen in soße mit meerrettich im städtchen kannte ihn jedermann man sah ihn jeden tag zweimal ins beethaus rennen hin und zurück auf dünnen beinen huschte er dahin in weißen strümpfen und in sandalen über die er im winter schwere galaschen stülpte sein mantel flatterte tief über den augen ruhte die schwere pelz mütze ein ausgefranstes fell sein schütterer bad wehte seine harte nasenschiene stieß gegen die luft es sah aus als wollte sie dem angesicht einen weg bahnen nichts und niemanden sah er versunken und verloren war er in seiner demut und in seiner frömmigkeit und in gedanken an die heiligen worte die er schon gelesen hatte und an die freude auf jene die noch zu lesen waren jedermann achtete ihn auch die bauern aus der umgebung kamen wenn sie in not waren ihn um rat und fürsprach zu bitten obwohl es schien dass er die welt und die menschen noch niemals gesehen hatte erwies es sich doch dass er die welt und die menschen verstand seine ratschläge waren trefflich und seine fürbitten halfen um die irdischen dinge des alltäglichen lebens kümmerte sich seine frau bei den wenigen reichen und wohlhabenden leuten slottokrotz hatte sie sich das geld für die konzession und für den einkauf der ware erbettelt ach welche waren man bekam zwiebeln milch käse eier knoblauch getrocknete feigen rosinen mandeln muskatnüsse und safran aber wie winzig waren die mengen und wie furchtbar war die beschaffenheit dieser lebensmittel in der kleinen dunkelblau getünchten küche mischte sich alles es sah aus als wenn kinder verkäufer spielten das säckchen mit den zwiebeln und dem knoblauch ruhte auf dem großen eimer in dem sich die saure milch befand rosinen und mandeln standen in häufchen über dem weiß käse durch ein fettpapier von ihrem untergrund geschieden neben den zwei rahmtöpfchen hockten eine art von wachlöwen die zwei gelben katzen in der mitte vom blafond herab hing an einem schwarzen hölzernen haken eine große verrostete waage und die gewichte standen auf dem fensterbrett so arme leute gab es in der gegend nicht die bei blumesinger eingekauft hätten und dennoch konnten sie immerhin noch leben so hilft gott den armen ein klein wenig herz schenkt er den reichen deshalb kommt von zeit zu zeit einer von ihnen und kauft irgendetwas was er nicht braucht und was er auf der straße fortschütten wird 26 des kapitel dies also war der laden in den am nächsten morgen der eichmeister eibenschütz mit dem gendarmen pjotrak eindrang obwohl ein starker frost herrschte sammelte sich doch ein gutes dutzend leute vor dem laden an und aus der judenschule gegenüber liefen die kinder hinaus es war etwa acht uhr morgens und mendelsinger kam aus dem beethaus als er die ansammlung vor dem häuschen sah erschrak er denn er fürchtete es brenne bei ihm einige der neugierigen liefen ihm entgegen und riefen der gendarme ist gekommen der eichmeister ist gekommen er stürzte hinein und er erschrak noch mehr als er vor einem brand erschrocken wäre ein leibhaftiger gendarmen mit einem gewehr stand da in des eibenschütz die waren die waage und die gewichte prüfte die zwei katzen waren verschwunden der rahm war sauer die milch geronnen der käse wurmig die zwiebeln faul die rosinen verschimmelt die feigen verdorrt die waage haltlos und die gewichte falsch man schritt zur amtshandlung man musste aufschreiben als der gendarme sein großes schwarzes kaliko dienstbuch herauszog war es mendelsinger und seiner frau als zückte er gegen sie beide die gefährlichste von allen seinen gefährlichen waffen der eichmeister diktierte und der rote gendarme schrieb ein feuer wäre eine kleinigkeit gewesen die konventionalstrafe betrug genau zwei gulden 75 kreuzer bevor sie nicht erledigt waren konnte man den handeln nicht weiterführen der ankauf einer neuen waage und neuer gewichtete kostete weitere drei gulden woher nimmt ein mendelsinger zwei gulden 75 und weitere drei gott ist sehr gütig aber er kümmert sich nicht um so winzige beträge all dies überlegte mendelsinger deshalb ging er an den eichmeister heran und nahm die pelzmütze ab und sagte euer hochgeboren her general ich bitte sie streichen sie alles aus sie sehen ich habe frau und kinder eibenschütz sah die hageren erhobenen hände die mageren knochigen wangen den schütteren armen bart und die schwarzen feuchten flehenden augen er wollte etwas sagen er will zum beispiel sagen es geht nicht lieber man es ist gesetz er will sogar sagen ich hasse dieses gesetz und mich auch dazu aber er sagt nichts warum sagt er nichts gott hat ihm den mund verschlossen und der gendarm stößt mendelsinger fort ein blick von ihm genügt ein blick von ihm ist wie eine faust und sie gehen mit gewichten waage und dem schwarzen buch wenn die frau mendelsinger heute noch etwas verkauft und sei es auch nur eine einzige mandel wird sie auf vier monate eingesperrt die paar neugierigen und die kinder die draußen gelauert haben laufen davon das hätten wir nicht tun dürfen sagt eibenschütz zu pjotrak es ist trotzdem ein redlicher mann redlich ist niemand sagt der gendarme pjotrak und gesetz ist gesetz aber selbst den gendarm ist nicht ganz wohl sie fuhren ins amt und hinterlegten die sachen beim schreiber und hatten beide das gefühl dass sie etwas trinken mussten gut sie fuhren also zur schenke littwax es war heute mittwoch also markttag ins lotto grott und die schenke war voll von bauern juden viehhändlern und rosttäuschern als sich der eichmeister und der gendarme setzten an den großen tisch an dem auf glatt gescheuerten bänken schon gute zwei dutzend leute nebeneinander hockten ging zuerst ein verdächtiges murmeln und raunen los dann begann man lauter zu sprechen und irgendeiner nannte den namen mendel singer im gleichen augenblick erhob sich ein untersetzter breitschuldriger langbärtiger mann von der bank gegenüber in einem großen bogen spiel über den tisch über alle gläser hinweg mit meisterlicher zielsicherheit genau in das glas des eichmeisters alles andere kommt noch schrie er und ein großer tumult entstand alle erhoben sich von den bänken und eibenschutz und der gendarme versuchten über den tisch hinüber zu steigen sie erreichten die tür aber erst in dem augenblick in dem der breitschuldrige bärtige sie aufgestoßen hatte eine weile sahen sie ihn noch auf der weißen beschneiten landstraße dahin laufen er lief sehr schnell ein dunkler geduckter strich auf dem weißen schnee dem tannenwald zu der zu beiden seiten die straße säumte er verschwand links als hätte ihn der wald verschluckt es war nachmittag es begann schon zu dunkeln der schnee nahm eine leicht bläuliche färbung an wir werden ihn schon kriegen sagte der gendarme sie kehrten zurück es ließ dem gendarmen piotrok wirklich keine ruhe hätte er nicht die volle rüstung gehabt und die schweren winterstiefel die ihm aber das reglement vorschrieb so hätte er wohl den leichtfüßigen verfolgen können er war aber sicher dass er ihn noch finden und eruieren könnte und das tröstete ihn wahrscheinlich war er ein schwerer verbrecher hoffentlich war er ein schwerer verbrecher der gendarme piotrok verhörte alle leute in der schenke aber kein einziger wollte den missetäter kennen er ist nicht aus dieser gegend sagten die leute eibenschutz aber hatte das gefühl dass er den mann schon irgendwo gesehen hatte er wusste nicht wo und wann nacht herrschte in seinem armen kopf und es wollte nicht dämmern er trank damit es lichter werde aber es wurde nur noch dunkler ringsum spürte eine große gehässigkeit der vielen menschen wie noch nie vorher sie erhoben sich endlich stiegen in den schlitten und fuhren nach swabi kapturak wird wissen wer es war sagte unterwegs der gendarme dem eichmeister fiel nichts ein nach einer weile sagte er mir ist es gleichgültig mehr nicht sagte der hartnäckige piotrok 37. kapitel seit mehreren wochen war nun schon der jadlovka im hause kapturaks gesessen er konnte es nicht aushalten er machte also einen ausflug er hatte gedacht an einen marktag ins lotto grott in der schenke lidwax gar würde er gar keinen bekannten treffen siehe da es kam der neue gendarme und der alte feind der eibenschutz das war unbedacht ja leichtsinnig durch das ausspucken aufmerksamkeit zu erregen er nahm einen sehr umständlichen weg um aus dem wald in den er geflüchtet war nach dem hause kapturaks zurück zu gelangen der frost war stark zum glück konnte man sich trauen über die sümpfe zu gehen er wartete im walde bis die nacht vollends herein gebrochen war dann marschierte er südwärts den ganzen bogen lang den die sümpfe um das städtchen bildeten der frost war zwar ein glück aber man froh entsetzlich es stach und es peitschte den ganzen körper im kurzen pelz den jatlovka trug froh er genauso als wenn er nur im hemd gewesen wäre es war schon tiefe nacht als er das haus kapturaks erreichte jetzt begann seine furcht die er unterwegs mit aller gewalt unterdrückt hatte ihn mit verdoppelter stärke zu erfüllen nämlich die furcht dass der gendarme schon auf ihn warten könnte er entschloss sich ganz leise an den fensterladen zu pochen er atmete auf als er kapturak heraustreten sah kapturak winkte ihn heran eine neue furcht ergriff ihn konnte man selbst kapturak trauen wem denn sonst sagte er sich im nächsten augenblick und er ging heran sie traten ein kapturak schickte seine frau hinaus in die küche setz dich jatlovka sagte kapturak was machst du willst du dich selbst und mich umbringen bist du ein erwachsener mensch bist du ein junge machst du streiche schulbuben streiche ich konnte nicht anders sagte jatlovka man hat dich wahrscheinlich erkannt sagte kapturak ich habe den vorfall ja gleich nachher von litvak erzählt bekommen ich wusste sofort dass du es bist ich habe mir natürlich nichts anmerken lassen was willst du nun tun der halb erfrorene und ratlose jatlovka seine ohren brannten ganz rot zu beiden seiten rote lampen sagte ich weiß nicht ich habe beschlossen erklärte kapturak dich einzusperren besser als im kerker in slokzow wirst du es bei mir haben wo verbirgt man einen gefährdeten gast unerfahrene leute verbergen ihn im keller und das ist falsch wenn eine hausdurchsuchung kommt gehen die gendarmen zuerst in den keller aus einem keller kann man nicht fliehen erfahrene leute aber sperren einen gefährdeten gast auf dem dachboden ein dahin kommen die gendarmen zuletzt außerdem hört man alles von oben her besser drittens gibt es eine dachluke man hat frische luft und man kann rechtzeitig entkommen so stieg auch jatlovka die steile leiter empor zum dachboden führte einen stuhl und einen strohsack eine flasche schnaps und einen krug wasser bekam er noch kapturak wünschte ihm gute nacht versprach ihm regelmäßig essen zu bringen und ging aus vorsicht schob er den riegel vor der an der falltür des dachbodens angebracht war als er die leiter hinunter gestiegen war blieb er eine weile stehen und überlegte er überlegte aber die leiter wegnehmen sollte oder nicht und er entschloss sich endlich sie wegzunehmen er trug sie in den hof und lehnte sie an das dach er hatte beschlossen dem jatlovka nahrung nur durch die dachluke zu reichen auf dem dachboden war es kalt kälter noch als in der zelle und jatlovka riss den strohsack am kopf ende auf und steckte sich ganz in den sack hinein und über den kopf stülpte er den pelz durch die offene dachluke die nicht zu schließen war schimmerte weißblau die frostklare nacht bevor er einschlief sei er noch die reglosen fledermäuse die über ihm ringsum an den wäscheschnüren ihren winterschlaf hielten zum ersten mal in seinem leben hatte der wilde jatlovka angst und aus angst allein verfiel er in einen tiefen dennoch unruhigen schlaf früh am morgen erwachte er der bittere hauch des eisigen morgens weckte ihn er kroch mühsam aus seinem sack tat einen schluck aus der flasche zog sich den pelz an und ging zur dachluke scharen frischer wachter krän zogen ihre kreise um die dächer es sah aus als lügen sie nur um sich zu erwärmen er sah die rote sonne aufgehen sie sah aus wie eine orange und bei ihrem anblick bekam er hunger er wusste er musste noch gute zwei stunden warten bevor kapturak mit dem essen kommen würde er horchte nach der falltür hin gute zwei stunden lang beschäftigte ihn nichts anderes als sein hunger es war als wäre der hunger eine angelegenheit des kopfes und nicht des magens kapturak erschien endlich mit tee und brot aber nicht an der tür sondern an der luke alles reichte er sehr langsam hinein auf dem kurzen weg die leiter hinauf war der tee schon kalt geworden so groß war die kälte jatlovka trank und aß hastig nichts neues fragte er nur noch nicht antwortete kapturak stieg wieder die leiter herunter und stellte sie ein bisschen seitwärts nachdem jatlovka gesättigt war begann ihn andere gedanken und empfindungen zu beschäftigen er dachte plötzlich und ohne zu wissen warum an die schönen karpfen und hechte die auf dem fischmarkt am donnerstag immer verkauft hatte es beschäftigte ihn der gedanke dass er um sie zu töten sie am schwanz gepackt und gegen einen prellstein gestoßen hatte und dabei erinnerte es sich daran dass man menschen auf die umgekehrte weise umbringt man nimmt einen stein es kann auch ein zuckerhut sein und stößt ihn gegen den kopf des menschen seltsame gedanken kommen einem wenn man auf einem dachboden eingesperrt ist man denkt daran zum beispiel dass man feinde im leben hat und der größte aller feinde ist der eichmeister eibenschütz der urheber allen unglücks der liebhaber der euphemia obendrein sameschkin ist auch ihr liebhaber aber das gehört in ein anderes kapitel sameschkin hat alte stammrechte und außerdem ist er kein beamter und außerdem hat er jatlovka nicht ins kriminal gebracht wenn der eigenschütz nicht vorhanden wäre so könnte man ruhig leben im frühling geht's am meschkin weg der wachtmeister slama ist versetzt wer erkennt den jatlovka in einem plonden vollbart so viele fremde menschen kommen in diese gegend man heißt ja gar nicht jatlovka man hat schon einmal seinen namen geändert man hat schon fische beim schwanz gepackt und mit dem kopf gegen den prallstein gehauen umgekehrt macht man es mit den menschen man nimmt einen zuckerhut und schlägt hinterrücks damit auf den kopf aber wo aber wann eibenschütz ist nicht in der nacht da im hafen von odessa wenn eibenschütz nicht wäre so könnte man ruhig leben er ist aber da er darf nicht mehr da sein er darf nicht mehr da sein denkt jatlovka er darf nicht mehr da sein daran denkt er fortwährend die krähen setzen sich manchmal an die dachluke jatlovka wird ihnen einige speisereste zu er sitzt und friert und wartet auf den frühling auf die freiheit und auf die rache 38 des kapitel eines tages geschah etwas sonderbares der staatliche oberfürster stepanjuck fand im grenzwald einen erhängten mann er war kalt starr und blau als man ihn abschnitt der bezirksarzt kino versagte er sei schon viele tage tot vor einer woche etwa hätte er sich erhängt es war ein unbekannter mann und der gendarme pjotrak verständigte den untersuchungsrichter der kam aus lotto grott er überführte die leiche ins dortige schauhaus aus dem ganzen bezirk wurden die einwohner je ein dutzend zu bestimmten tagen vorgeladen damit sie den toten agnostiierten man hätte sie gar nicht vorzuladen brauchen aus neugier allein strömten sie zusammen auch sah meschkin obwohl er nicht vorgeladen war weil er nicht zum bezirk gehörte ging hin aus neugier er allein aber erkannte den toten es war der pferdehirt michael kleika vor zwei jahren hatte man ihn eingesperrt er hatte zu jenen sträflingen gehört die man zur bestattung der cholera kranken bestimmt hatte und es war geschrieben und versiegelt dass er im spital an der cholera verstorben war und an dem und dem tag bestattet wie hat er sich von den toten erhoben um sich dann im grenzwald zu erhängen eine untersuchung wurde eingeleitet auch einige sträflinge die man aus dem gefängnis holte erkannten den mitgefangenen den michael kleika es dauerte nur eine woche und man verhaftete zwei bezirksschreiber und sie gaben zu dass sie bestochen worden waren und falsche abgangszeugnisse ausgestellt hatten sie gestanden auch dass kapturak sie bestochen hatte man wartete noch eine woche man verständigte vom ergebnis der untersuchung den gendarmeriewachtmeister pjotrak und den eichmeister eibenschütz und man gab ihnen den auftrag weiterhin wie bisher mit kapturak in der grenz schenke zu verkehren sie verkehrten auch weiterhin mit ihm und spielten tarok er fühlte sich ganz sicher er wusste nichts von der verhaftung der beiden bezirksschreiber und das geld das ihm die verwandten der tod gemachten sträflinge bezahlt hatten war längst in sicherheit jenseits der grenze beim geldwechsler pisczempk ein paar tage später ziemlich früh am morgen kurz nachdem er jatlovka das frühstück auf der leiter hinaufgetragen hatte hörte er ein wohlbekanntes klingeln das klingeln eines schlittens der schlitten hielt das klingeln zitterte noch eine weile nach kein zweifel dass der schlitten vor seinem tor hielt ihm ahnte nichts gutes was macht so früh am morgen ein schlitten vor seinem hause eröffnete die fenster laden im schlitten saßen der gendarme piotrak und der eichmeister eibenschütz er hatte gar keine zeit mehr die leiter umzulegen er überlegte sehr schnell dass es besser wäre sofort hinaus zu laufen und die grauenhaften gäste zu begrüßen er lief also hinaus und rief schon von der tür her welche eine überraschung welche eine überraschung beide stiegen ab und eibenschütz sagte wir wollten ihn einen kurzen besuch machen es ist noch zu früh litvak hat noch geschlossen wir bleiben nur ein viertelstündchen bei ihnen wenn sie erlauben zeit genug um einen schnaps und einen tee zu trinken das haben sie doch wie es war für kapturak kein zweifel mehr dass sie gekommen waren weil sie ihn verdächtigten er beherberge jemanden oder er verberge zumindest etwas verdächtiges er sagte ich gehe den schnaps holen und er verließ das zimmer und kletterte sehr geschwind die leiter hinauf sie sind da rief er durch die luke hinunter ging er nicht mehr die einzelnen stufen er glitt hinunter mit händen und schenkeln an beiden leisten der leiter er rannte in die küche um den schnaps zu holen freudig trat er wieder ins zimmer mit der flasche und drei gläschen haben sie einen keller fragte der gendarme pjotrak ja sagte kapturak aber den schnaps habe ich nicht aus dem keller geholt es ist zu kalt im keller woher haben sie ihn sonst geholt fragte pjotrak vom dachboden sagte kapturak und lächelte es war als hätte er einen witz gemacht und als entschuldigte er sich zugleich dafür dass er einen gemacht hatte der rothaarige gendarme hielt es wirklich für einen witz und lachte kapturak klopfte sich auf die schenkel und beugte sich vor aus ergebenheit nicht aus eitelkeit lachte er mit der gendarme und der eichmeister lehrten ihre gläser und standen auf danke für die bewirtung sagten sie wie aus einem munde sie stiegen wieder in den schlitten kapturak begleitete sie er sah dass sie in die richtung poslotti dahin glitten als sie seinen augen entschwunden waren nahm er die leiter aus dem hof und stellte sie wieder in den hausflur er war entschlossen jatlovka wegzuschicken ihm ahnte nichts gutes flink stieg er hinauf und öffnete die falltür und trat ein er sei jatlovka unruhig hin und her wandeln zwischen den stricken an denen die fledermäuse hingen setz dich sagte kapturak wir müssen reden jatlovka wusste sofort worum es sich handelte ich muss also fort sagte er aber wohin wohin das müssen wir eben überlegen erwiderte kapturak es scheint dass man dich nicht mehr zu den toten rechnen will daher dieser unerwartete besuch bei mir es tut mir leid ich muss dich wegschicken du musst selbst zugeben dass ich dich nicht wie ein eigenes kind behandelt habe obwohl ich ein gläubiger bin und keinen pfennig habe ich von dir genommen wohin soll ich gehen fragte jatlovka er saß frierend im pelz auf dem sessel durch die kleine runde dachluke die wir ins schiffsfenster aussah stürzte der frost herein ein grauer wolf ein wütender ein hungriger grauer wolf es war dunkel obwohl die sonne draußen schien aber durch die runde dachluke schickte der eisblaue unerbitterlicher himmel spärliches licht auf den dachboden es herrschte da oben eine art frostigen blauen halb dunkels beide männer sahen fahl aus wohin wohin das war die frage die anderen alle sagte kapturak habe ich befreit und habe sie laufen lassen wohin sie wollten es war vielleicht ein fehler ich hätte sie vielleicht zusammenhalten müssen aber mit dir ich weiß nicht was da geschehen soll ich glaube es ist am besten du gehst nach swabi zurück nach hause wer sollte dich dort erkennen euphemia wird dich nicht verraten unser meschkin ist ein dummer kopf er wird dich nicht erkennen bleibt noch der eibenschütz übrig allerdings der eibenschütz was macht man also mit ihm fragte jatlovka er erhob sich er konnte unmöglich sitzen bleiben wenn es sich um eibenschütz handelte kapturak der die ganze zeit stillgestanden war begann auf und ab zu wandeln es sah so aus als wollte er es sich warm machen aber in wirklichkeit froh er gar nicht es war ihm geradezu heiß vor lauter nachdenken lange schon hat in ihm der gedanke gelebt dass es in dieser welt besser wäre wenn der eichmeister eibenschütz nicht da wäre der eibenschütz muss weg sagte er und blieb stehen wieso fragte jatlovka zuckerhut sagte kapturak nichts anderes er blieb eine weile stehen dann sagte er wir fahren hinunter heute abend zuckerhut wiederholte er ich hole dich jatlovka bevor er den dachboden verließ machte kapturak noch ein zeichen mit beiden händen es sah aus als hielt er einen zuckerhut in den händen und als schlüge er ihn auf irgendjemanden nieder laibensch jatlovka nickte 39 das kapitel am abend von sie im schlitten hinaus nach swabi kapturak und jatlovka jatlovka hüllte sich in einen schafspelz mit hohem kragen damit man ihn nicht erkenne es war bereits finstere nacht als sie ankam und durch das breite offene tor der grenzschenke hineinfuhren jatlovka pochte an die hintertür das hochgewölbte rot angestrichene tor das zur landstraße führte kapturak ging geradewegs in die schenke es gab wenig gäste heute es war dienstag es dauerte lange ehe onufri des pochen hörte und hinausging um das rückwärtige tor zu öffnen ich bin es sagte jatlovka lass mich schnell hinein ist der gendarme da komm her sagte onufri der gar nicht wusste dass laibensch jatlovka zu den toten gehörte bist du aus dem kriminal entkommen ja mach schnell sagte jatlovka und dann als sie an die laterne kam erkennt man mich nur an der stimme her sagte onufri wo ist euphemia fragte jatlovka noch im laden flüsterte onufri und vor dem laden steht sameschkin mit den kastanien es ist gut sagte jatlovka geh hinein der hund pavel hieß er sei jatlovka entgegen mit freudig schnuppender erhobener schnauze und wedelndem schwanz bell nicht schrei nicht flüsterte ihm jatlovka zu der hund sprang still und schweigsam an ihm hoch und leckte ihm die hände jatlovka sah zuerst durch die fenster die in den hof ging die schenke war beinahe leer er hatte nicht vergessen unterwegs aus dem schlitten zu steigen als sie kapturak und er an der gefrorenen ströminka vorbeifuhren und einen der kantigen großen steine auszugraben aus dem schnee deren es dort eine unzahl gab diesen stein band er ins taschentuch er ging vom fenster zurück lauerte vor dem tor eine ungeheuerliche unwiderstehliche lust erfüllte ihn zu töten er dachte gar nicht mehr an den eigentlichen zweck seines mordens sondern nur an das morden selbst er dachte gar nicht an seine eigene sicherheit sondern nur an das töten eine große welle von wollust von hass und töten wollen ging durch sein herz erbarmungslos war alles in dieser nacht und in dieser welt fremd kalt und silbern in einem frostigen nahezu gehässigen silber standen heute die sterne am himmel von zeit zu zeit sei jatlovka empor heute hasste er den himmel und die sterne und dem kerker hat er sich so nach ihnen gesehnt warum hasste er heute den himmel der jatlovka glaubte er dass gott oben sitzt hinter den sternen vielleicht glaubt er es aber er will es sich nicht zugeben immer wieder immer wieder sagt eine stimme in ihm gott ist da gott sieht dich gott weiß was du vor hast aber eine andere stimme in ihm antwortet gott ist nicht da der himmel ist leer und die sterne sind kalt und fern und grausam und du darfst machen was du willst also wartet jatlovka auf das bekannte schlitten geklingel des verhassten eibenschütz das taschentuch in dem der stein eingewickelt liegt hat er mit den zipfeln um sein handgelenk gebunden um das rechte handgelenk erwartet eibenschütz wird kommen 40 des kapitel eine halbe stunde später kam eibenschütz wirklich leider in begleitung des gendarmen pjotrak jatlovka der gedacht hatte der eichmeister würde allein kommen sah bereits dass er nichts auszurichten hatte vorerst verbarg er sich im schatten der scheune die am rande des hofes gegenüber dem tor stand und wartete als er sah dass der eichmeister den gendarmen vorausgehen ließ und dass er selbst den schimmel ausspannte er bebte sein herz in woniger mörderischer hoffnung bald danach näherte sich auch der eichmeister dem stall um den schimmel anzubinden an den großen eisernen ring der an der stalltür angebracht war während eibenschütz den schimmel anband stürzte jatlovka aus dem stall hervor eibenschütz wollte noch einen schrei ausstoßen aber er sank sofort nieder der schrei erstarb in der kehle jatlovka schlug mit dem taschentuch in dem der kantige stein eingebettet war gegen die stirn seines feindes des eichmeisters eibenschütz fiel mit gewaltigem erschreckendem krach zu boden er war ein schwerer mann für so schwer hätte ihn jatlovka niemals gehalten der schimmel war noch nicht genügend festgekoppelt gewesen die schlinge löste sich und der gaul begann durch den hof zu wandern mit schleifenden zügeln jatlovka beugte sich zuerst über den eichmeister eibenschütz kalt und tot war er keinen atemzug gab er von sich dann fasste jatlovka den schimmel und koppelte ihn fest an den eisernen ring der scheunentür hierauf kroch er in die scheune zwei stunden später erst kam der wachtmeister pjotrak hinaus um nach eibenschütz zu sehen vor der scheune fand er den eichmeister anscheinend leblos und der gendarmen rief den knecht onufri und sie beide schleppten den schweren kadaver bis zum schlitten onufri holte stricke man schnallte den unbeweglichen mann fest quer lag er über dem winzigen schlitten man spannte den schimmel an der gendarme nahm die zügel mann vor nach slotto grott geradewegs ins krankenhaus der wachtmeister pjotrak glaubte zwar er führe einen toten den eichmeister den er so neben dem stall und der scheune getroffen hatte hätte der schlag plötzlich getroffen aber dem war nicht so der eichmeister begann zwar zu sterben aber erlebte noch was weiß er davon der arme eibenschütz dass man ihn auf den kopf mit einem stein geschlagen hat was weiß er davon dass er mit stricken auf einen schlitten gebunden ist er erlebt während man ihn für einen toten hält etwas ganz anderes er ist kein eichmeister mehr er ist selbst ein händler lauter falsche gewichte hat er 1000 10.000 falsche gewichte er steht da hinter einem ladentisch die falschen 10.000 gewichte vor sich der ladentisch kann sie gar nicht alle fassen und jeden moment kann der eichmeister kommen auf einmal klingelt es auch die tür hat eine glocke und herein kommt der große eichmeister der größte aller eichmeister und so scheint es eibenschütz der große eichmeister sieht ihnen ein bisschen aus wie der jude mendelsinger und ein wenig auch wie sameschkin eibenschütz sagt ich kenne sie ja aber der große eichmeister antwortet es ist mir ganz gleich dienst ist dienst wir prüfen jetzt ihre gewichte gut mögen sie jetzt die gewichte prüfen sagt sich der eichmeister eibenschütz falsch sind sie aber was kann ich dagegen machen ich bin ein händler wie alle händler ins lotto grott ich verkaufe nach falschen gewichten hinter dem großen eichmeister steht ein gendarmen mit helmbusch und bayonet und den kennt der eibenschütz gar nicht er fürchtet sich aber vor ihm das bayonet funke zu sehr der große eichmeister beginnt die gewichte zu prüfen schließlich sagt er und eibenschütz ist höchst erstaunt alle deine gewichte sind falsch und alle sind dennoch richtig wir werden dich also nicht anzeigen wir glauben dass alle deine gewichte richtig sind ich bin der große eichmeister in diesem augenblick erreichte der gendarme das spital von slotto grott man lud den eichmeister ab und als der wachhabende arzt ankam sagte er nach einem augenblick zum gendarmen pjotrok der mann ist tot was bringen sie noch her einundvierzigstes kapitel so also starb der eichmeister anselm eibenschütz und wie man zu sagen pflegt kein hahn krähte nach ihm dem wachmeister bjotrok gelang es zu erforschen dass jadlovka den eichmeister getötet hatte kapturak sprach nachdem man ihn verhaftet hatte und nach einem strengen verhör von einer ranküne jadlovkas gegen eibenschütz durch zufall fing man noch zwei andere sogenannte cholera tote nämlich den taschendieb kann juck und den pferdedieb kiewen kapturak und jadlovka saßen schon seit acht tagen im slots cover untersuchungsgefängnis als plötzlich das große alljährliche ereignis des bezirkes lotto grott ausbrach es krachte nämlich das eis über der strominka und der frühling begann der maroni brater sameschkin packte seine sachen die säcke zuerst dann den ofen hierauf die reste seiner ware die kastanien in einen besonderen ledernen sack vor seiner abfahrt sagte er noch zu euphemia es ist eine wüste sache diese grenze willst du mit mir fort für immer euphemia aber dachte an allerhand möglichkeiten in der schenke und sonst auf nächstes jahr sagte sie aber sameschkin glaubte es ihr nicht mehr so töricht wie er den leuten erschienen mochte war er nicht er ahnte alles und er beschloss bei sich nie mehr in diese giftige gegend zu kommen es war ein großartiger frühlingstag an dem er wegzog auf seinem karren stand der ofen um seine schultern waren die schlaffen säcke geschnallt die lerchen trillerten hoch im himmel und die frösche quakten ebenso fröhlich unten in den sümpfen und er ging der gute sameschkin so für sich hin so des weges dahin was ging ihn eigentlich all dies an nie mehr komme ich hierher sagte er sich und es schien ihm dass ihm die lerchen und die frösche recht gaben das ist das ende der novelle das schwere gewicht von josef rot hat sie dir auch so gut gefallen wie mir schreib mir doch bitte einen kommentar hinterlass mir einen like oder noch besser abonniere meinen kanal damit du auch die zukünftigen vielen hörbücher die ich hier veröffentlichen werde nicht verpasst vielen dank fürs zuhören und bis bald und bis bald